So, okay, Parasite Eve. Chat, was ist das? Ist ein PS1-Game, was von Square kam und ist spielerisch so ein kleiner Mix aus Resident Evil, Silent Hill und Final Fantasy. Und es gab zwei Teile, glaube ich, davon damals und recht nischig, nicht so krass bekannt, aber auch wenn ich mit der PS1 aufgewachsen bin, ich habe es halt nie gespielt damals, weil Angst die, Angst die, ich konnte als Kind keine Horrorspiele spielen, hatte halt Angst gehabt. Und habe dann, als ich angefangen habe, hier freitags die Spiele zu spielen, die Horrorspiele zu spielen, habe ich ja dann irgendwann mal gesagt von wegen, ja, irgendwann spielen wir auch mal Parasite Eve. Ähm, weil, ja, ist ein Franchise, was auf jeden Fall wohl ganz cool sein soll, ich aber halt nie gespielt habe. Und deshalb mal schauen, wie das wird. Vielleicht finde ich das richtig kacke. Ich lasse mich überraschen, was das wird. Ähm, und, äh, im Großen und Ganzen geht's um irgendeinen krassen Parasit, der irgendwie alle Menschen und Tiere in Monster verwandelt, äh, nur unsere Protagonistin, die ist da wohl irgendwie, oder, was heißt nur, aber unter anderem unsere Protagonistin ist irgendwie immun dagegen und kämpft dann dagegen an. Äh, na, ich zock auf den Emulator, klar. So, neues Spiel, let's go. Ich freu mich, dass, äh, dass wir für wieder was Größeres haben, ja, ich freu mich auch. Das wird komplett absurd, ja, ich hoffe. Ich hoffe, das wird richtig wild. Also, der, den, der, der, das, das Intro hab ich selbst noch nicht gesehen. Ich hab anfangs kurz gespielt, den ersten Kampf gemacht, das Spiel getestet und so. Intro hab ich mal geskippt. Aber wo ist Parasit Adam? Vielleicht finden wir den noch. Weihnachten! 97! Okay, ich glaub, das Intro ist nicht so spannend. Ich dachte, da kommt schon irgendein crazy shit. Was ist los? Du wolltest doch in die Oper gehen. Stille. Äh, Name Aya Bray, Bray. Alter 25, beruft Detektiv bei NYPD Detective. Äh, ich kann dir auch einen Namen geben. Äh, wir bleiben bei Aya. Ich werd den nicht auslosen. Äh, äh, ich weiß nicht. Ich, äh, du hast recht. Lass uns nur eine schöne Zeit haben. Mann, äh, Mann. Freust du dich denn nicht, mit mir auszugehen? Ich hab sogar meinen Vater gebeten, für uns die besten Plätze heute Abend zu besorgen. Kopf hoch, du wirst schon sehen, wir werden eine tolle Zeit haben. So, und, äh, ich geh mal kurz rein. So, die HD-Texturen, ich bin grad nicht sicher, ich glaube, die sind an. So, wahrscheinlich, wenn ich das nicht erwähne, wird man das gar nicht merken, was ich meine. Aber, ich mach's hier mal kurz aus. Ähm. Wo ist das? Da. Äh, lass mich kurz nochmal rausfinden, wo das war. Ähm. Ne, Texturen sind nicht okay. Okay, okay, okay. So, ich weiß nicht, ob das gleich auffallen wird, Chad. Ich mach sie ein. Also, ihr seht, dass es auf jeden Fall hochauflösender ist, der Hintergrund, ne? Also, es geht um den Hintergrund, nicht um die Charaktere. Aber ist euch was aufgefallen? Außer, dass es hochauflösend ist? Okay, wenn's auffällt, dann mach ich's aus. Weil mich, ich weiß, weil ich wusste auch nicht, ob, ob das vielleicht nur mich stört. Aber er sieht schon scheiße aus, ne? Dass alles so ein Blöckchen ist. Es ist zwar hochauflösend, aber die Blöckchen sehen richtig scheiße aus. Im Guide wurde auch gesagt, ähm, dass man noch so extra CRT-Filter anmachen soll. Dann fällt das nicht so auf. Ich hab nen CRT-Filter drauf, aber es fällt halt trotzdem nix insane auf, ne? Ja, keine Ahnung. Deshalb machen wir die aus. So, dann ist halt jetzt ein bisschen verpixelter. Lass uns zu unseren Plätzen gehen. Der erste Akt hat bereits begonnen. Jetzt schon? Diese Texturen waren 20 Gigabyte groß. Und die sehen komplett scheiße aus. Vater, bitte erlaub mir, Eva zu heiraten. Musik geht gleich richtig hart. Ich verbiete es. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn du sie heiratest. Diejenigen, die ihre Schönheit erliegen, sterben alle auf grausame Weise. Ihr versteht nicht, Vater. Sie ist diejenige, die nach all den Todesfällen gelitten hat. Sie ist das Böse. Wachende greift sie. Und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Das ist kein Zauberstab, das ist ein Regentenstab. Vater, eure Majestät. Wenn ihr sie zum Tode verurteilt, dann nehmt mein Leben mit ihrem zusammen. Edward. Nee, die sind überall so blöckig. Ich hab's ja schon ein bisschen mehr getestet. Voll stark. Ich bin völlig unterteaced. cửажд aqu chap nevr. Die ist kein Zauberstab. Aber er ist viel zu Ayundo. Ich hab's ja schon東 für dieses Jahr gebraucht hast. Ich hab's ja schon mal getestet. Im Streits Schöne Augen. Spontane Setzentzündung! Sie haben gesagt, der Hauptakt wird wild, aber dass er so wild wird, gute Performance. Spontane Setzentzündung! Spontane Setzentzündung! Ah ja! Oh, das sagt sie! Um Himmels Willen, ich will nicht, oh mein Gott! Ich! Ich! Bring dich in Sicherheit! Los, mach schon! Boah! Ich kann jetzt zum Beispiel hier, jetzt sind wir nicht mehr dort, wo wir gerade waren, das kann ich hier nochmal zeigen. Hier seht ihr die Kästchen. Da, hier sieht man es richtig schlimm, ne? Hier sieht es richtig schlimm aus. Aber dafür sind die Kästchen hochauflösend. Pupputipuppu! Halt, NYPD! Hm, du scheinst die Einzige zu sein, die unversehrt ist. Wie meinst du das? Du wirst bald erwachen. Was? Wovon sprichst du? Hör zu, deine Zellen versuchen miteinander zu kommunizieren. Sie rufen. Let's go! Das ist das Gameplay-Chat. Man kann ganz normal hin und her laufen. Und wenn... Oh, ich bin auf der falschen Seite. Moment. Man kann ganz normal hin und her laufen und dodgen. Oben links seht ihr meine Lebensleiste. Und dieser Balken. Wenn er voll ist, kann ich ins Menü gehen und Angriffe auswählen. Was passiert hier? Mein Körper... Mir wird heiß. Vielleicht brennt sie auch. Genau wie ich dachte. Wie um alles. Was? Was hast du mit mir gemacht? Verfehlt. Ganze zwei Damage. Das war viel. Oh, bäcker Song. Svens Laserstrahl Oh, hab ich keine Munition mehr? Hä? Ich hab keine Munition mehr. Hä? Ich hab das Intro zweimal gespielt und mir ist die Munition nicht ausgegangen. Ich kann nicht schlagen. Ich hab zweimal das Intro gespielt und mir... Ich hatte keine Probleme mit der Munition. Hä? Was hab ich gemacht? Nee, ich hab keine Munition mehr. Ja, kann sein, dass ich zu weit weg war. Und deshalb weniger Damage gemacht habe. Ich kann kein Melee machen. Ich hab ein Kleid an. Ich weiß, ich lass mich töten. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, wie es sieht, geht das wohl. Perfekt. Tutorial-Kampf. Game over. Ich wollte euch nur zeigen, wie es aussieht, wenn man verliert, ne? Irgendwie switchen. Es gibt nichts zu switchen. Ich hab keine Munition. Stark! Alte Games, hier gibt's keinen Autosave. Und Ghost, dankeschön für 62 Monate. Für mich ist es eine sehr besondere Zahl. Ich spule ein bisschen vor, ok? Klingt ein bisschen grisselig, aber ja. Ist dann schneller durch. Man kann keine Cutscene skippen. Ne, es ist 1997. Hier kann man keine Cutscene skippen. Oh, ich hab Pause gedrückt. Halt die Klappe, Draghi. Ich bin nicht so schlecht. Das Game ist bugged. Werde den Sinn dahinter niemals verstehen. Äh, der Sinn ist ganz einfach. Und zwar... Wieso sollte man Cutscene skippen? Die kamen nicht auf den Gedanken, dass man das nicht sehen möchte. Das war ja... Das war ja kein Thema. Damals hat man Videospiele gemacht. Es gab in dem Spiel zwei Cutscenes oder so. Und dann dachte man sich, wieso sollten die skippbar sein? Du sollst sie ja schauen. Das ist ja das Spiel. Jetzt können wir uns den schönen Ofangesang nochmal anhören. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Gothic-Character. Der Papa. Ja, das ist Zelda 2. Gleich kommt Mario und sagt... Here we go! Nochmal schauen, wie Leute verbrannt werden, ja. Nochmal schauen, wie Leute verbrannt werden, ja. Jetzt warte! Und jetzt... Es geht ja nicht darum, dass es zu hoch ist. Sondern das war eine andere Zeit. Da gab es nicht Leute, die sich beschwert haben wegen Cutscenes. Das war gar kein Thema. Es geht nicht darum, dass es zu kompliziert ist und zu hoch. Es war einfach kein Thema. Cutscenes skippen zu wollen. Und Red King, dankeschön für 16 Monate. Interaktives Kino, ja. Und Juli Ruhl, dankeschön für acht Monate. Da hat auch nicht jeder zweite gespeedrunt, ja. Es gab bestimmt auch damals schon Spiele, wo du Cutscenes skippen konntest und so. Aber das war halt damals nicht Standard in der Industrie, ne. Heutzutage ist es natürlich Standard. Warum bleiben die an der Stelle noch sitzen? Ja, weil es zu schnell geht und die wahrscheinlich gerade geschockt sind und überfordert. Schockstarre und so. Manche rennen los, manche sind in Panik. Wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, ich kann diesmal in Safestate setzen. Ja, ich weiß nicht wann bei Square Skippen kam. Final Fantasy 10 und Kingdom Hearts 2 auf der PS2 hat noch keinen Skip gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei Final Fantasy 12 aussah. Ob man da schon skippen konnte? Okay, diesmal geh ich nachher ran, Chat. Ja, ich brauch Tutorial. Neun! Ich hab einen Schuss schon verschwendet, weil Cutscenen. Ich hab zwei Schüsse ausgewählt und hab nur einmal geschossen. Okay, es wurde auch nur einer verbraucht. Okay. Unsere Körper kommunizieren miteinander. Was? Kommunizieren? Was willst du damit sagen? Je mehr du diese Kraft nutzt, umso mehr wirst du wie ich. Kraft? Welche Kraft? Wer bist du? Eve. Parasite Eve. Ich bin überrascht, dass du nicht weißt, wer ich bin, Aya. Du solltest mich eigentlich kennen. Was? Was? Was passiert hier? Okay, Aya war mal in irgendeiner Krankenstation? Flashback? Sie ist auch ein Experiment? Was war das? Warte, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Gutes Foreshadowing. Gutes Foreshadowing. Ja, die wird bestimmt auch später, die wird eigentlich Eve oder so. Weil ich dachte immer, Parasite Eve heißt Parasite Eve, weil es ist Eve, die gegen Parasites kämpft. Aber jetzt heißt sie einfach Aya. Aya, Aya, Aya. Das Gamer hat zwei CDs. So, ich kann nochmal Chat nochmal kurz. So schade. So schade. So schade. Wieso ist das so geworden? Es ist schon ganz nett, wenn es so hochauflösend ist, aber junge, junge, junge. Komplett reingeschissen. Ich weiß, dass sie da unten ist. Klingt so, als wäre Verstärkung eingetroffen. Runterspringen. Let's go. Bist du allein? Es ist gefährlich hier. Du solltest nicht hier sein. Das ist einfach sie selbst. Man sieht hier Quadrate auch ohne Hochauflösung. Ja, minimal. Und nur an manchen Stellen. Aber da, dieses Mädchen, das kann nicht sein. Was sind das für Killerschuhe? Ist doch geil. Verschlossen? Warum hat sie eine Knarre mit in die Opa genommen? Äh, sie ist halt ein Detektiv, ne? Vielleicht immer dabei? Sie ist immer auf der Arbeit. Let's go, Chat! Und vielleicht nicht so, Chat! Nach nichts! Ich Lukefans. Vierer, das fürFS-igkeit... Das war mal ne süße Ratte. Oh, ich bin level ab. Oder was? Munition? Ich kenn das. Das ist schon gar eklig, aber geil. Um Himmels Willen, hat Eve das der Ratte angetan? Was ist hier los? Ein bisschen Loop. Ist da nirgendwo was drin doch, hier Medizin? Schlimmer als Resident Evil damals. Ja, bei Resident Evil war ja Zombies, ne? Es gab natürlich auch ein paar Special Gegner. Urg! Aber ja, im Großen und Ganzen waren ja Zombies im Fokus. Sie leben noch. Halten Sie durch, ich hole die Sanitäter. Melissa! Sie ist ein Monster! Versuchen Sie nicht zu sprechen mit Melissa? Sie meinen die Hauptdarstellerin? Sie ist wahrscheinlich auf dem Weg zu Susanne. Nein! Sie müssen sie aufhalten! Nein! Bleiben Sie bei mir! Halten Sie durch! Funktionierender Spiegel aus seinem Game aus den 90ern, ja klar. Nochmal hier Chat. Hier fällt das zum Beispiel... Hier fällt es nur hier rechts extrem auf. An den Tischen, ne? Und teilweise haben dann so Texturen, so komische schwarze Umrandungen, da sieht es fürchterlich aus. Ne. Stimmt, es gab ja bei Attack on Titan auch so einen Moment, wo jemand so komplett abgebrannt war und noch am Leben war. Versuchen Sie nicht zu sprechen, stellt direkt eine Frage. Chat, da seid ihr! Ah! Ah! Nimm! Alles, was ich habe, liegt auf dem Tisch! Erschrecken Sie mich doch nicht so. Keine Sorge, ich bin vom NYPD. Sie haben doch mir einen Schreck eingelagt, Lady. Ich habe mich gerade fertig gemacht, meine Szene beginnt gleich. Was machen Sie überhaupt hier? Sie sollten wissen, dass hier nur Personal Zutritt hat. Es gab einen Zwischenfall. Es besteht Lebensgefahr in diesem Gebäude. Sie sollten sich in Sicherheit bringen. Was? Was für ein Zwischenfall? Sie wollen mich ja auf den Arm nehmen, oder? Wissen Sie was? Ich habe nicht vor, heute Nacht hier abzukratzen. Tschö mit Ö. Ich mache einen Abgang. Der sagt auch immer tschö mit Ö. Ich glaube, der hat es nicht lange gemacht. Schade. Ich dachte, er wird mein Companion. Kommt schon. Munition. Munition. Wie viel hat die Medizin, die ich eigentlich habe? 45. Das ist ja ein Full Heal einfach. Das ist ja ein Full Heal einfach. So, hier können wir speichern. Hier können wir speichern. Ist der noch irgendwie Loot? Was für ein Schlüssel ist das? Theater. Eier kamen, by the way, sogar mal in dem Pixel Final Fantasy Gacha Game vor. Stark. Wann Remake? Da ist eine Kiste. Medizin. Heiß, heiß, Hilfe, Hilfe. Soll ich da rein? Nein. Abschießen. Abschießen. Kann ich nicht. Speichern wir mal hier. Es ist wohl besser, ich berichte dem Revier, was hier passiert ist So, dass es hier keine Autosaves gibt Und wie es aussieht, kann man Out of Ammo gehen Mitten im Kampf Muss ich wohl recht oft speichern Und das ist, by the way, habe ich auch gar nicht erwähnt Aber das ist hier auch ein Patch, ein Deutsch-Patch Weil das Spiel kam ja bei uns nicht Mit deutschen Texten raus, ne? We read, we jammed You can flyerspucken Echt? Wir hatten nicht mal den zweiten Teil bekommen Äh, den ersten Teil Ich dachte, die kamen bei uns beide Ja, es war ein Fan, der schön mit Ö geschrieben hat Wollt wohl ein bisschen Humor einbringen Das ist der Clown, Chad Es ist der Clown aus dem Umkleideraum Er hat tatsächlich einen Abgang gemacht Hm Kein Loot? Okay Ich dachte, vielleicht kriegen wir eine Perücke von ihm Und dann kann ich, äh, Clown Run machen Shotgun Medizin, okay Äh, wie viel Platz habe ich? Nur noch ein Slot habe ich frei Parasitäre Energie benutzen Oh, hier, ich habe eine Heilung, Chad Meine Mana Äh, meine Fähigkeiten Das war wahrscheinlich auch das, was sie gerade im Kampf gemacht hatte Als dieses komische Zeug um sie herumflog Und sie hat ihre Parasitäre Fähigkeiten aktiviert Ja, okay Everyone is here Sogar ein scheiß Vogel Der hat bestimmt einen One-Hit Sogar ein Crick Kann ich nur einen machen? Irgendwie ist die Laufanimation so, als ob sie rennt Aber die Laufgeschwindigkeit eher, als ob sie normal geht Ich finde, sie rennt halt Keine Ahnung Sieht für mich ganz normal aus Was ist das für eine riesige Tür? Ah, die geht wahrscheinlich zur Bühne, ne? Ne, aber trotzdem Kann ich jetzt alle Türen hier öffnen? Mit dem Theaterschlüssel? Doch, kann ich Das ist das Tor zur Dunkelheit, oha Da ist noch ein Clown Gegenstand erhöht Angriffskraft um 1 Angriff plus Kann ich das direkt jetzt benutzen? Ich hab doch einen Schlagstock, Chad Ich hätte doch schlagen können Da sind Einstellungen Oh, ich guess Das ist permanent Ah, das ist auf die Waffe Oh, okay Das ist merkwürdig Diese Wand sieht aus Als würde sie jeden Moment auseinanderfallen Und sie ist auseinandergefallen Okay, wir müssen das ändern, Chad Das lag am Am Heck Dass wir ein Breitbild haben Obwohl es natürlich ein 4 zu 3 Spiel ist Das ist jetzt so aussah als Ja Warte, wir gehen mal in eine andere Ebene Dann haben wir halt ein bisschen schwarzi-schwarzi Balki Und einen riesigen Chad Jetzt bist du Breitbild, ja Ich bin der breite Kegi Mir ist auch gerade schon beim Spielen aufgefallen Dass ich nicht ganz nah an die Wand ran konnte Sondern immer so ein bisschen weiter weg von der Wand war Uh, Rüstung Das lag wahrscheinlich auch an dem Breitbild-Hack Ich hab Angst vor Skeletten Jetzt müsst ihr durch das Loch passen, ne? Ja, jetzt passt sie Hier war der Clown Glaub ich Nee, hier war der Shit Spooky, scary, skeleton Komm wieder raten? Ja Hier scheint wohl immer ein Kampfpunkt zu sein Warte, kann ich Ich probiere was aus, Chad Ha! So, Nahkampf 14 Damage, not bad Der hat mir zwar auch 2 Damage gemacht, weil ich in den Nahkampf gegangen bin Sieht für euch die Laufanimation immer noch so komisch aus Jetzt, wo ich gewechselt bin auf 4-3 Ja, ich hoffe, ich muss nicht so viel Melee spielen Ich hoffe, dass man in dem Spiel genug Munition bekommt, dass ich immer mit Waffen spielen kann Hier war ich auch drin Sieht immer noch weird aus, okay Für mich sieht's ganz normal aus Oh, nein Wir haben zwischendurch Soundpack Ich glaube, ich muss die Quali runterstellen Ein Tagebuch 3. November Die Weihnachtsshow steht fest Das war schon immer mein Traum Die Hauptdarstellerin darf ein Solokonzert im Theater des Central Park geben Ich nahm all meine Medikamente, um es bis hierher zu schaffen Ich muss die Hauptrolle bekommen Ich würde sogar meine Seele an den Teufel verkaufen, wenn es sein müsste 17. November Die Besetzung wurde veröffentlicht Susanne und ich wurden beide für die Rolle vorgesehen Ich möchte die Rolle lieber alleine spielen Aber jeder weiß, dass sie gut ist 21. November Ich glaube, ich übertreibe es Aus irgendeinem Grund wird mein Körper immer heißer Ich werde besser noch mehr Tabletten nehmen 6. Dezember Ich bin heute zusammengebrochen Ich verlor das Bewusstsein, nachdem mein Körper zu heiß geworden ist Mir ist egal, ob ich sterbe Ich will es nur durch diese Show schaffen 10. Dezember Ich wurde wieder ohnmächtig Sie sagt mir, ich solle zum Arzt gehen Und mich etwas ausruhen Wenn das so weitergeht, wird Susanne Definitiv meine Rolle bekommen Ich muss besser werden Heute Nacht sollte ich lieber viel mehr Tabletten nehmen 11. Dezember Susanne ist bei einem Wohnungsbrand verletzt worden Ist das passiert, weil ich die Rolle so sehr wollte? Bitte Gott, vergib mir Also es schien wohl auch normal zu sein Vorher 17. Dezember Es sieht so aus, als ob ich die Hauptrolle bekomme Ich wollte besser mehr Tabletten nehmen Dann wird das schon gehen Ich sollte 23. Dezember Premiere, alles lief rund Morgen ist Heiligabend Wir werden die meisten Zuschauer dieser Saison haben Und ich habe am nächsten Tag das Solokonzert im Park Aber ich fühle mich nicht so gut Meine Verfassung muss sich deutlich bessern Wenn ich das überstehen will Ich sollte besser noch viel mehr Tabletten nehmen Warum? Warum nimmt sie so viele Tabletten? Sie muss ein Drogenproblem haben Noch ein Schlüssel Ich habe die Alerts hier aus Wunderland, Dankeschön für neun Monate Dankeschön Dein Inventar ist voll Bei Gas, wir snacken uns einfach eine Medizin Jetzt schon voll Jetzt schon Inventar Probleme Tutorial Ich muss nochmal durchlesen Ja, wie bei Resident Evil Da verbrauchen auch Key-Items Platz Erst auf den neueren Teilen nicht mehr Probesaal Okay Kann ich in den Schrank Noch mehr Munition Okay Neuere Teile Ab 4 halt 4 hatte das auch schon gehabt Dass man keine Key-Items Managen musste Also in 5 musste man das glaube ich noch Nee, in 5 gab es gar keine Key-Items Ich kann mit dem Vogel nichts machen Okay Okay, dann lasst uns gehen Warte, ich speichere nochmal kurz Und dann auf geht's im Probesaal Sind das jetzt zwei Papagei Oder ist das derselbe Der mir hinterher fliegt Der stalkt uns, ja Er schießt ihn Wollte ich vorhin machen Aber geht nicht Ich kann mit ihm auch nicht kommunizieren Junge, der Chat ist riesig, ne Ich muss den gleich kleiner machen Chat ist gigantisch, ja Oh fuck, ich habe was geskippt Ich bin, ich bin Eve Ah, mein Körper, er glüht Oh, sie ist wieder normal geworden Für einen kurzen Moment Sie war wieder Melissa Die nukleare Vorherrschaft hat ein Ende für alle Mal Was? Noch einmal Noch einmal Der Tag, an dem die Mitochondrien ihre Freiheit erlangen werden Er ist endlich da Okay Dann lassen wir uns ein paar Mitochondrien killen Das hat den Doppellaser Ich muss dazwischen sein, kann ich aber stehen bleiben? Kann ich aber stehen bleiben? Ne Ne, ich muss laufen Boah, 15 Der Dodge Die Musik klingt, also der Gesang klingt so Habt ihr Dinges gespielt? Crypt of the Necrodancer? Da haben die den selben Ton benutzt für den Gesang Es sieht so aus, als bräuchtest du noch etwas Zeit, Mädchen Bis deine Mitochondrien vollkommen frei sind John, sind eure Mitochondrien frei? Mitochondrien? Wovon sprichst du da? Ich verstehe nicht, was du meinst Freiheit für die Mitochondrien! Was? Wo bin ich? Ist das, ist das kleine Mädchen, welches ich vorhin gesehen habe? Nein, es ist Dieser Arzt, Moment Hashtag free Mitochondrien, genau Mitochondrien, die ihre Freiheit erhalten? Ah, das ist ein Loch Okay Abfahrt Nächstes Loch We going deeper Meine Mitochondrien sind so frei, dass sie schon fast wieder gefangen sind Boah, sieht cool aus Okay, wie sieht das aus? Hallo? Wie sieht das aus mit Texturen? Vor allem, man sieht das vor allem bei so, bei so, wenn irgendwas geschrieben steht oder irgendwas gemalt im Hintergrund, da erkennt man das richtig, dass es so komisch, blöckig ist Willst du in einem langen Kleid in Wasser stehen? Ja, was soll ich machen? Ich muss mit dem arbeiten, was ich hier bekomme Die Mitochondrien klären das schon mit dem Kleid Junge, diese Ansicht Stark Nur Kritz hier Analysiert die Lebenspunkte und schwächen das Gegenteil Ach, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen, Analyse Eine neue Mitochondrien-Fähigkeit Sind das Felix? Leider haben wir nicht gesehen, wie der Frosch sich verwandelt Sehr schade Äh, Felix, sind das random Encounter, wie bei so einem Fallen Fantasy? Oder sind hier gescriptet an den Stellen? Was ein geiler Frosch Wie viele Augen der hat Ich muss mich bei dir beheilen Ich habe keinem viel Damage gemacht Okay, probieren wir mal meine Fähigkeit aus Meine Parasiten-Fähigkeit Geil Junge, das Oh, Mana regeneriert sich von alleine Sind an festen Schellen gescriptet, okay Junge, ich habe ein Power-Level hier, ich bin schon Level 5 Eine neue Waffe Die ist besser als meine Kann ich jetzt Feuerrate mal 3, okay Mit der kann ich 3 mal schießen I guess Äh, gehen wir erstmal oben lang Mit den Ratten Wenn du an einer Stelle öfter vorbeikommst, kämpfst du auch öfter Okay Ja, ist ein bisschen weird, dass da Mana-Balken Äh Grün ist Das ist aber, glaube ich, auch nicht diese typische Mana-Balken Sondern das ist dieses In RPG-Maker gibt es das doch auch immer Äh Dieser grüne Balken, der sich auflädt, wenn man kämpft Das ist eine Burst-Waffe Stand das dabei Nee Äh, ja, ich wollte Chat kleiner machen Jetzt seid ihr ganz weg Schade Hä, bin ich dumm? Chat, ich glaube, ich bin dumm Löschen Demm Demm hmen Demm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt vernünftig. Ja, die Searsmoke ist nice. Ey, ja, wo bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ne, ich kann einfach nur dreimal schießen. Einfach eine stärkere Waffe, mit der ich dreimal schießen darf. Und die haben wohl auch so Slots, die ich so slotten kann. Zum Beispiel jetzt hier bei der Waffe, kann ich hier den Slotfeuerrate mal drei rausnehmen, glaube ich. Kann ich nicht rausnehmen? Okay, kann ich nicht rausnehmen. Ich dachte, ich kann die wieder rausnehmen. Und dann, keine Ahnung, hier zum Beispiel. Ach, keine Ahnung, Digga. Hä? Mein Gamepad ist aus. Ist das doch die ganze Zeit am Aufladen? Nee, ich kann die nicht rausnehmen. Okay, keine Ahnung. Ich dachte, man kann die Slots rausnehmen. Hey, Michi, was geht ab? Oh, nee, Mojiro. Okay, cooler Weg oben. Ich kann einmal im Kreis laufen. Ach, sie macht die Geräusche hier. Du bist das kleine Mädchen, das ich im Theater sah. Hast du dich verlaufen? Warte, Kleines, geh nicht. Das waren keine... Ich bin kein Tiermörder. Das waren keine Tiere. Okay, man läuft oben lang, um zu sehen, dass unten zwei Kisten stehen. Inventar ist voll. Ähm, was liegt denn da drin? Ja, ich denke mal, ich kann zwar schon diese Weste weglegen. Oh, Angriff plus eins ist da drin. Okay. Die können wir jetzt wieder auf die Pistole machen. Aus dem Menü raus. So. Auf... Die hier. Ja. Wie, die hat keinen Slot. Da unten hier ist doch noch ein Slot. Daneben. Oder verstehe ich da was falsch? Aber ich konnte es nicht reinsetzen. Nee, ist weg. Okay, ich bin verwirrt. Und hier gab es noch eine Kiste. Munition. Okay. Ich bin gespannt, wann ich hier das typische Outfit bekomme. Dass sie dann aussieht wie, äh, eine richtig coole Kämpferin. Weil ich glaube nicht, dass... Ich habe auch keine Ahnung vom ersten Teil. Vielleicht spielt man noch das ganze... Was ist das typische Outfit? Ja, das typische halt. Jo, der hat mich weggezüngelt. Jo, wie viel Damage die machen. Jo, wie viel Damage die machen. Jo, der ist verviel. Drei Schüsse verschwendet. Boah, wie schnell. Ich kann das gar nicht dodgen. Daneben. Aber Musik ist echt nice, Mann. Vita. Komm. Züngel ich mich an. Züngel ich mich an. Er züngelt nicht. Boah, wie schnell. Wie zur Hölle ist Yves zu der anderen Seite gelangt? Die Tore sind komplett verschlossen. Das ist ein kleines Mädchen. Er hat sich durchgezwängt. Hier ist ein Schalter und ein Notfall-Telefon. Telefonbenutzung. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Nice. Generell wohl alle Telefone. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Die Mitochondrien sind von ihr halt frei. Natürlich kann sie dann durch die Stäbe durch. Nicht durchgespielt. Es gab so eine Fruststelle. Oh, nein. Yves. Schon wieder. Ah, Chat. Ich weiß, was gleich passieren wird. Yves ist ja der... Yves ist wahrscheinlich dieser Parasit in Melissa drin. Und wenn ich Melissa töte, dann springt wahrscheinlich der Parasit Yves auf mich rüber. Und dann geht's los. Deshalb heißt das Spiel Parasite Yves. Dann ist das so Samus-mäßig wie bei Metroid Fusion. Bleib genau da stehen. Mein Körper. Mein Körper wird wieder heiß. Hahaha. Eier will das alleine mit mir aufnehmen. Selbst wenn du mehr Leute bei dir hättest, würden sie einfach verbrennen. Nicht wahr? Weißt du, was Yves auf Deutsch heißt? Yves. Alle außer dir. Du bist... ...die Außerwählte. Sag mir, Yves. Warum? Warum ich? Warum bin ich die Einzige? Du wirst es herausfinden. Irgendwann. Auch wenn es... Äh... Wenn es nicht... Wenn du es nicht verstehst. Keine Sorge. Deine Mitochondrien werden es. Sie haben es immer gewusst. Ich werde dir etwas Zeit geben. Etwas Zeit zum Nachdenken und weitentwickeln. Und der Tag wird kommen, an dem du erwachst. Habe ich dann auch so eine dicke Friese? Ich werde mich auch so ein bisschen schlafen. Ich werde mich auch so ein bisschen schlafen. Jo. Jo. Ach so, das ist doch ein Dinosaurier. Boss-Kampf? Wer ist der denn? Okay. Banger. Es gibt zwei Ziele. Dann gucken wir uns mal an. Kopf und Schwanz. Machen wir den Schwanz. Oh, 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 Schale. Okay, ich mache auf den Kopf kaum Damage. Wir machen erst den Schwanz. Nein. Er dreht sich. Er frisst mich. Left eye, right eye, middle eye. Shoot, shoot, shoot. Left eye, middle eye, right eye. Shoot. Middle eye, left eye, right eye. Oh, shoot. Ich würde gerne seinen Schwanz machen, aber... Ich komme da voll schlecht ran, wenn er sich die ganze Zeit so dreht. Oh, er meinte mich. Mama. Ho, 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 ho. Gedootcht. Vielleicht mache ich mal gleich Analyse. Mal gucken, was wir herausfinden so über ihn. Ach, Kopfscholl. Okay, cool. Leicht zu betäuben. Empfindlich gegen Hitze. Ja, stark. Ich habe nichts Hitzendes. Danke für nichts. Ja, vielleicht kann man beim Schwanz besser was rausfinden. Mh. Empfindlich gegen Hitze. Okay. Jetzt, komm schon. Ich meine, so ein Pistolenschuss ist doch ziemlich heiß. Wieso kann ich nicht laufen? Mein Gamepad ist noch an. Ich kann ja Pause gucken. Okay, Szenenwechsel. Ach, sein Schwanz ist kaputt. Deshalb zweite Phase. Ja, der sieht aber echt cool aus. Gibt es einen Plush von ihm? Warum willst du einen Plush von ihm? Weil er super süß ist. Noch nie was davon gesehen? Hat Holly noch nie Paracelet Eve gestreept? Ich habe irgendwas bekommen, eine Vesta. Ja, nehmen wir mit. Doch, da war ich nie dabei. Ah, okay. Wenn ich erwachsen werde, sag mir einfach, was du willst, Eve. Was? Ach, wenn ich erwache. Nicht, wenn ich erwachse. Wahrscheinlich. Wenn ich erwachsen bin. Wenn ich erwache. Wenn ich erwache. Wir befinden uns wie vor der Carnegie Hall, welche zum Zentrum des totalen Chaos geworden ist. Miss, sie sind die einzige Überlebende dieser schrecklichen Ereignisse. Das ist doch korrekt, oder? Mein Boy ist gestorben. Mein Date. Ich. Bis jetzt wurde die spontane Selbstentzündungstheorie nur von okkulten Enthusiasten verbreitet. Oh, lol. Die denken, dass da drin in dem Theater irgendein Ritual stattfand. Und alle haben sich selbst angezündet, weil das alle irgendwelche Freaks sind. Bitte, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Dieser Zwischenfall hat sich ausgerechnet an Heiligabend ereignet. Im Namen der Bürger dieser Stadt würde ich gerne ein Exklusivinterview mit Ihnen führen. Moment, Chad. Heißt das Spiel unter anderem Parasite Eve, nicht nur, weil der Parasit Eve heißt, sondern weil das an Weihnachten passiert, Heiligabend? Boah. Ja. Im Namen der Bürger dieser Stadt würde ich gerne ein Exklusivinterview mit Ihnen führen. Hat das was gedauert, bis du es gecheckt hast? Wow. Junge, was war das denn? Wie er ihn weggeschmackt hat. Ja, es wurde halt von Anfang an heißt die alte Eve. Also habe ich nicht mal an Weihnachten gedacht. Geht's noch? Jim, hast du das im Kasten? Ziehleine, Kumpel. Daniel. Der gute Daniel. Entschuldige meine Verspätung, Aya. Der war aber wuchtig, der Schlag. Die heißt nicht mal Eve. Nicht sie. Hast du nicht unter den Titel gesehen? Dass Melissa, wenn Melissa kontrolliert wird von den Parasiten, dann steht doch die ganze Zeit Eve. Und die nennt sie doch auch die ganze Zeit Eve. Die hat sich als Eve vorgestellt. Aya, bist du in Ordnung. Da drin ging's ja nicht mal richtig, da drin ging's ja richtig ab. Ja, aber mein Date ist abgebrannt. Hab von nem Cop gehört, dass er wie ein Waschlappen dort rausgerannt ist. Oh, er hat überlebt. Tut mir leid, dass dein Date nicht so gut gelaufen ist. So ist es nicht. Er durfte mich begleiten, weil er mir permanent wegen einem Date in den Ohren lag. Ja, aber warum zum Geier die Oper? Das ist mal ein Ding, hä. Also, warum die Oper? Ist das gerade in? Hab die Anzeige in der Zeitung gesehen. Weiß auch nicht. Fiel mir ins Auge. Was ein Zufall. Erzähl mir nicht, dass du an diesem Fall dran warst. Haha, hast wohl endlich dein Instinkt als Detektiv in dir entdeckt, was? Sie sieht ein bisschen aus wie Quistis aus Final Fantasy 8. Instinkt? Daniel, solltest du nicht bei deinem Sohn sein? Es ist doch Heiligabend. Juckt. Er weiß, dass dein Vater bei der Polizei ist. Mein Junge versteht das. Wie dem auch sei, Themenwechsel. Ich hab Dinge von Leuten gehört, die dabei waren. Das ist mal ein höllischer Unfall, hä? Mitochondrien. Mitochondrien? Symbiose? Wann war ich in diesem Krankenhaus? Die Klima ist auf Stufe 9, ja. Wird gerade geballert. Es ist gerade Sommer. 42 Grad in Japan. Hey, Aya, bist du eingeschlafen? Naja. Kannst dich nicht verübeln, nach dem, was du heute durchgemacht hast. Ja, in Japan feiern die Heiligabend im Sommer. Hast du gar keine Ahnung von Japanologie? Alles begann mit diesem Zwischenfall. Sechs Tage, die für alle zum Albtraum werden sollten. Die Menschen werden es irgendwann vielleicht vergessen. Und die Leben weiterleben. Ich jedoch werde es nie vergessen. Es war der reinste Terroraller. Ey, sieht das cool aus, oder? Es waren auch sechs Tage voller familiärer Erinnerungen. Takt 2. Fusion. Metroid Fusion. Aber das heißt ja auch PE. Und PE steht ja für Physical Education. Vielleicht geht es ja auch hier um Sportunterricht. Wenn man Sportunterricht am Heiligabend macht, dann erweckt man den Parasiten. Ich glaube, ich habe es raus. Du bist an was dran. Ist nicht das erste Spiel, was ich spiele. Ich kenne mich damit aus. Was ist passiert bis jetzt? Äh, nicht viel. Wir haben gerade quasi das Intro gespielt. Es ist ein Monster unterwegs, der gerade alle abgebrannt hat im Theater. Hey, geht es dir gut? Du sollst dich ausruhen. Boah. Die geile Jacke. Die geile Jeansjacke. Ich wünsche, das könnte ich. Aber ich bin die Einzige, die weiß, was gestern Nacht passiert ist. Ich habe ein paar Informationen über Melissa gesammelt. Sie hat keine Angehörigen. Und keine engen Freunde. Sie war krank und immer auf irgendwelchen Medikamenten. Die Leute von der Oper sagten, sie seien ganz erstaunt darüber, dass sie überhaupt noch auf der Bühne stehen konnte. Äh, nee, das ist nicht das typische Outfit, was ich meinte, sondern das, was auf dem Cover ist. Aber ich glaube, das trägt sie wahrscheinlich dann noch im Zweiten, ne? Dann trägt sie, glaube ich, so ein Röckchen. So eine coole Jacke und so ein Röckchen, oder? Das ist wahrscheinlich nur im Zweiten Teil dann. Hier, das meine ich. Oder ich weiß nicht, ob das ein Röckchen ist, oder eine Short ist. Aber ja, das halt. Man sieht es hier nicht so gut, aber ja. Wie kommst du eigentlich mit deiner Kündigung zurecht? Ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt, ähm, weg vom FBI und bin jetzt beim NYPD. Also warte mal. Heißt das, der Parasit redet die ganze Zeit? Ich bin noch voll verwirrt von der Story. Nein, gerade redet Aya und Daniel miteinander. Ist eh besser beim NYPD, ja. Die Leute von der Oper sagten, sie seien ganz erstaunt darüber, dass sie überhaupt noch auf der Bühne stehen konnten. Hallo? Achso, ich muss reintaben. Ihre Wohnung brannte direkt nach dem Zwischenfall ab. Also haben wir keine Informationen über ihre Medikamente. Der heißt nix. Der Typ heißt einfach nix. Oder soll das ein K sein? Sondern er heißt nix, 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 nix. Was ist denn eigentlich mit dieser Sache? Der spontane Selbstentzündung. Genauer gesagt war es keine Spontane. Die Leute wurden in Brand gesetzt. Warner. Dein Ernst? In Brand gesetzt? Ohne sichtliche Fremdeinwirkung? So kann man es im Moment am besten beschreiben. Schwer zu glauben. Bei so vielen Menschen. Aber wenn er recht haben sollte, wer ist dafür verantwortlich? Etwa diese Opernsängerin? Ich glaube dir, Aya. Aya ist bis jetzt die einzige Zeugin. Aber wenn man das mit einem Fall zu tun hat, sollte man Baker um so viel Unterstützung wie möglich bitten. Unser Vorgesetzter wahrscheinlich, ne? Es gibt den Namen nixen? Mein kleines Gehirn kommt nicht mit. Hä? Was verwirrt dich denn gerade? Wir haben gerade gegen einen Parasiten gekämpft. Und der ist geflohen. Wieso gehst du davon aus, dass er die ganze Zeit mit uns redet? Es war eigentlich bisher nichts Kompliziertes dabei. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Immer noch schwer zu glauben. Aber wir können diesen ganzen Tod nicht leugnen. Wir werden alles daran setzen, diesen Fall zu lösen. Seien Sie gerüstet. Gehen Sie runter ins Waffenlager und geben Sie diese Berechtigung Taurus. Er wird Ihnen weiterhelfen. Morderlaubnis. Und sieht sie für euch immer noch so aus, würde sie schweben? Jetzt, wo sie ein anderes Outfit hat. Vielleicht lag es im Kleid. Boah, Musik. Sie sieht ganz normal aus, wie sie läuft. Sie hat echt lange Beine, ne? High-Waist-Hose. Aber wenn du recht haben solltest, wer ist dafür verantwortlich? Ich hätte mal diese Opernsängerin. Okay, ich glaube, die wiederholen sich. Ist das mein Schreibtisch? Nein, ich wollte sagen, weil er leuchtet. Aber die leuchten alle. Er ist eine Waldenlampe an. Die Tür geht nicht auf. Ah doch, jetzt. Ist das surname auf Englisch, Scots-Irish-Origin-Meaning-Son of Nicholas. Katie, das Waffenlager? Hast du dir letzte Nacht den Kopf gestoßen? Das ist die Treppe runter. Okay, chill. Man darf ja mal befragen. Checken wir mal hier ab. Sehr unaufgeräumt, ja. Umkleide von den Männern. Was geht ab, Jungs? Ich habe doch, by the way, eine neue Rüstung bekommen, ne? Gerade beim Bosskampf. Boah, die Musik ist so nice, Mann. Das Laufen sieht immer noch ein bisschen weird aus. Aber nicht mehr so weird wie mit dem Kleid. Okay. Ah ja, zieh besser diese kugelsichere Weste an. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja, gib. Willst du mir beim Umziehen zuschauen? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Frauen im Männerjob. Willst du vielleicht bei mir zusammen umziehen? Wollen wir vielleicht mal in die Dusche gehen? Hohe Defensivkraft und stark gegen Steifigkeitsangriffe. Steifigkeitsangriffe, Steifigkeitsangriffe. Ich glaube, meins ist geiler, ne? Ja, meins ist geiler. Die KV-Weste. Blunt. Blunt. Blunt Attacks. Blunt. Der Metall ist voll. Achso, ich habe die mit eingesammelt. Ähm. Gibt es irgendwie auch ein Lager, Felix? Ich hab jetzt so Probesaal-Schlüssel und so, die Scheiße brauche ich ja alles nicht mehr. Wenn ja, weiß ich nichts von. Aber bist du dann das ganze Spiel über mit dem Probesaal-Schlüssel rumgelaufen oder was? Was für ein Fall? Und das an Weihnachten, oder? Der gute Eddy. Ja, Late-Game, dann nur Key-Items. Mein Inventar ist voll. Ich kann nicht mal gleich einen Mod mitnehmen für meine Waffen. Der Eddy mal wieder. Gleich überfrisst er sich wieder. Der hieß doch so, oder? Bei Silent Hill 2, der Eddy? Entschuldige, hier hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Ich bin autorisiert. Hey, Bromi. Okay, dann gehen wir zum Waffenlager. Hallo? Kurz mal abchecken, Chat. Texturen. Wie gefallen euch die Blöcke? Zutritt nur für autorisiertes Personal Waffenabteilung. Gar nicht? Doggies! Ich glaube, ich muss mal auch hier kurz... ...hier runterstellen. Ich habe das Gefühl, mein PC kommt nicht hinterher beim Streamen. Wir haben so ab und zu so Soundbugs. Ist das Torres? Polizist. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Denen zuzukicken, wa? Ich komme immer nach meiner Arbeit, um mich zu entspannen, wa? Stark. Stark Übersetzung. Was ist denn dieses offizielle PS1-Menü? Ja, das war so eine seltene PS1. Die wurde nicht so oft verkauft. So war so zum Ende hin. Vielleicht kann ich da was reinlegen. Tool. Ich kann nur wechseln. Imagine, du bist ein Berliner in New York. Ich finde das geil. Überträgt Werte oder Effekte von Waffen und Rüstungen. Gegenstand geht dabei verloren. Okay. Das ist Torres. Torres, my man. Das ist Wayne. Hallo, hübsches. Hör auf mit dem Blödsinn, Wayne. Wo ist Torres? Der Vollidiot? Keine Ahnung. Also was darf's denn sein? Schrotflinter? Raketenwerfer? Raketenwerfer? Ich bin dabei. Schlüssel zu meinem Herzen. Wayne. Da ist Torres. So ein charmanter Typ. Idioten wie du sind der Grund, warum Waffen aus diesem Land nicht verschwinden. Beweg deinen Arsch wieder ins Waffenlager. Du bist noch lange nicht so weit, um mit Waffen herum zu hantieren. Ja, ja, ist ja gut. Fast so gut wie die FF9 Übersetzung. Ja, die war piek. Torres, ich brauche einiges an Ausrüstung. Wegen dem Fall letzte Nacht muss ja ein ziemliches Chaos gewesen sein. Aber solange sich Polizisten auf ihre Waffe verlassen, werden es die Kriminellen auch. Ein Teufelskreis. Ich hasse es einem so jungen Detektiv wie dir, eine Waffe zu gehen. Junge. Auf einmal hier, äh, auf einmal hier Kritik gegen die USA. Aber da es sicher mal in keinen gewöhnlichen Gauner zu handeln scheint, kann ich dich wohl kaum mit leeren Händen gehen lassen. Wollte nur mal anmerken, dass du keinen Platz für weitere Ausrüstung hast. Wayne, schnapp dir ein paar ihrer Sachen und verstau sie. Ja, ja. Haben sie was gesagt, Officer? Na, nein, Sir. Willst du was hier lassen? Okay. Wo sind die anderen Sachen? Bonuspunkte verteilen. Ich habe Bonuspunkte. Ähm, da gehst du die Pistole. Ähm, da gehst du die Pistole. Okay, ein Gewehr. Ja, das hat schon gut Damage und eine gute Reichweite. Captain Baker hat mich schon informiert. Zeig mir deine Modifikationserlaubnis nochmal. Ja, ich wollte auch meine Key-Items abgeben, aber ich durfte nicht das Menü wechseln. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal zu ihm zurück. Welche Waffe möchtest du modifizieren? Ähm, I guess das Gewehr. Alles klar, warte hier. Fertig. Denk dran, Polizisten besitzen Waffen zur Verteidigung. Lass nicht zu, dass die Waffe dich besitzt. Boah. 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 Sag's nicht, Torres, aber du kannst dieses Tool benutzen, um deine Waffe zu modifizieren. Du kannst Parameter deiner Ausrüstung neu anpassen und Effekte hinzufügen, um deine Ausrüstung zu optimieren. Ich kann dir ein paar richtige, krasse Modifikationen zeigen. Okay, Modifizierungssymbol. Durch Benutzen des Tools kannst du Effekte und Parameterwerte auf Waffen und Rüstungen hinzufügen oder entfernen, um so deine eigene personalisierte Ausrüstung zu erschaffen. Wenn du einen Effekt oder Wert von einer Waffe oder Rüstung entfernst, geht das entsprechende Ausrüstungsstück kaputt. Die ganze Waffe geht dann kaputt? Oder das Tool geht kaputt? Wie viele Effekte du einer Waffe oder Ausrüstung hinzufügen kannst, hängt von der Anzahl der freien Erweiterungsplätze ab. Du kannst die Anzahl der Erweiterungsplätze erhöhen, indem du deine Ausrüstung im NYPD-Revier modifizieren lässt. Geschnallt? Glaub mir, du kannst nie genug Feuerkraft haben. Natürlich sind Waffen ohne Munition nutzlos. Denk also immer daran, deinen Schlagstock mitzunehmen. Nur für alle Fälle, okay? Lass doch deinen Krempel, den du nicht brauchst, einfach bei mir. Okay. So. Dann kriegst du den Schlüssel. Und den Schlüssel. Und den Rest behalte ich erstmal. Schrott in Sorgen. Okay. Kann ich nochmal meine Pistole nehmen? Ja, ne? Weil ich kann ja theoretisch jetzt dort die Fähigkeiten runternehmen. Nein, 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 nein. So. Und jetzt benutze ich den Tool. Ohne Genehmigung. Aber ich habe dir auch die Genehmigung schon gezeigt. Hä? Okay. Okay. Felix? So. Ähm. Ähm. Die Waffe hier. Die will ich modifizieren. Wenn ich das mache, dann wird die nur zweimal schießen können, aber kriegt halt einen neuen Slot dazu. Wenn ich die modifiziere und dann die Waffe kaputt mache. Ja, das machen wir. Dann kriegt das Gewehr einen Slot dazu. Wenn ich das richtig verstehe. Ich bin gerade nicht sicher. Ich habe jetzt Angst, das Gewehr kaputt zu machen. Wert wird verschoben und blablabla geht verloren. Na, ah, 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 nein. Okay, danke für die Warnung, Spiel. Ich will die Pistole kaputt machen. Okay, ich check das Modifizieren nicht. I guess... Okay, probiert es einfach aus. Okay, ich check, ich check, ich check, ich check. Ich wähle quasi damit, was ich haben will. Ob ich das Plus-Kram haben will, ob ich die Sachen da unten haben will. Ich habe mit meinem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, aber keiner sieht meinen Finger. Stark. Guter Streamer. Aber ich check, ich check, okay. Äh, gut. Dann haben wir jetzt eine neue Waffe. Die Weste. Dann gehen wir noch mal kurz die Schränke looten. Und dann Abfahrt, ne? Nein, ich zeig nicht nochmal. Bummkleider war, glaube ich, da hinten. Wer ist denn der? Bummkleider war, glaube ich, da hinten. Wer ist denn der? Ben! Ah, Daniels Sohn wahrscheinlich. Papa. Ist der OST schon in der Playlist? Ne. So schnell bin ich nicht. Das ist also Ben. Ben, das ist Aya. Was machst du denn hier? Hier. Karten? Oh ja, das Konzert. Tut mir leid, mein Sohn. Papa hat heute viel zu tun. Ich mach's wieder gut. Ich verspreche es. Ganz toll. Nie klappt was, du Hurensohn. Man, diese Kinder heute, ne? Die Sprache. Jedes Kind braucht wohl eine Mutter. Das stimmt nicht. Ich wurde auch von meinem Vater großgezogen, nachdem meine Mutter gestorben ist. Ich werde ihm immer dankbar sein. Ja, nun. Seine Mutter ist noch am Leben. Oh. Oh. Aber der Tod ihrer Mutter hat bestimmt auch irgendwas mit der Story zu tun. Äh, die Umkleider war doch unten, nicht oben, oder? Nee, die war hier. Hast du Daniels Sohn Ben kennengelernt? Daniel hat sich letztes Jahr scheiden lassen. Das war bevor du hierher versetzt worden bist. Er sagt immer, dass jeder Junge einen Vater braucht. Deshalb kämpft er um Bens Sorgerecht mit seiner Ex-Frau Lorraine. Er hat zwar gewonnen, aber ich bezweifle... Oh, ach ja, Captain Baker hat nach dir gesucht. Gut. Äh, jeder... Jeder... Jeder Junge braucht einen Vater. Er hat um das Sorgerecht gekämpft, damit er den Jungen bekommt. Und nun ist er den ganzen Tag nur am Arbeiten. Und... vernachlässigt sich seinen Jungen. Gierheilung! Durch den Tod ihrer Mutter wurden ihre Mitochondrien frei. Ja, bestimmt irgendwie sowas. Wo ist denn der Baker? Lagebesprechung. Und dann ziehen wir den Krieg gegen die Parasiten. Sir? Sie wollten mit mir sprechen. Ja, wir hatten jetzt eine Pressekonferenz und ich will sie dabei haben. Wir halten. Mich? Ganz genau. Sie werden im nationalen Fernsehen sein. Als einzige Überlebende dieses Zwischenfalls. Uh, ich verstehe. Aber sie antworten nur, wenn ich es sage. Die Medien warten auf einen Fehler von uns, um uns fertig zu machen. Am Ende machen die noch aus ihnen eine Verdächtige. Also überlassen sie mir das Reden. Verstanden? Jawohl. Gut. Stellen wir uns der Presse. Oh, Chad. Die wird gleich im Fernsehen sein und wird neben ihm stehen und er wird vor laufender Kameras wird er verbrennen. Und dann werden alle denken, sie ist diejenige. Meta-Kräfte-Befreiungsfront denken, wie die aus dem My Hero Academia heißen. Kenne ich nicht. Meta-Kräfte-Befreiungsfront, was ein scheiß Name. Er sieht aus wie Mr. Incredible, Junge. Wollen Sie damit sagen, dass das Werk eines Terroristen sein könnte? Davon gehen wir momentan aus. Wie erklären Sie sich, dass Polizisten und Feuerwehrmänner einfach so in Flamme aufgingen? Das war... Dies wurde durch eine sehr seltene hochentzündliche Chemikalie, die auch für das Feuer verantwortlich war, herbeigeführt. Eine andere Frage. Wie kommt es denn, dass Detective Breyer mit solch minimalen Verbrennungen davon gekommen ist? Das ist das Ergebnis Ihrer schnellen Auffassungsgabe und Ihrer Ausbildung zum Detective. Ich habe ihr diese Frage gestellt. Sie... Sie sagte, dass meine Mitochondrien mutiert seien. Junge! Du sollst die Fresse halten! Ah ja. Ihre Mitochondrien? Wer sagte das? Melissa. Nein, sie sagte nur, ihr Name sei Eve. Christmas Eve. Aber dem Bericht nach zuurteilen kam Melissa Pierce in den Flammen um. Melissa starb. Ihr Körper wurde von dieser Eve übernommen. Was ist diese Eve? Eine Art Alien? Herrschaft, bitte! Sie ist sehr müde und wir befinden uns noch immer im laufenden Ermittlungen. Was ist denn mit ihr los? Die gibt ja gar keinen Fick. Das war es dann für heute. Die gibt gar keinen Fick direkt rein. Ah ja, ich habe ihnen doch gesagt, dass sie nichts sagen sollen. Ich sage die Wahrheit, Sir. Darum geht es nicht. Wer wird ihnen wohl glauben? Jetzt haben sie die Medien aufgehetzt und die Menschen in Panik versetzt. Sir, sie wollte doch nur... Sie ist wie du gestern alles rausgerauen. Baker hier. Wer? Was will er? Ja, stellen sie durch. Captain Baker am Apparat. Was? Treffen? Sie müssen lauter sprechen. Ja, was? Ja, geht klar. Kino einfach hier gerade. War vermutlich ein japanischer Wissenschaftler. Konnte sein Englisch nicht so gut verstehen. Er schwärmte von einem Mito irgendwas. Sagte, er kommt hierher. Mito was? Er meinte Mitochondrien? Du meinst diese Dinger in den Zellen, die aus Sauerstoff Energie gewinnen? Hab davon schon mal was in der Schule gehört. Das war, was Yves sagte. Dass es Zeit ist für die Freiheit der Mitochondrien oder auch ihre Freisetzung. Hey, ich habe gelesen, dass ein Wissenschaftler im Museum eine neue Theorie darüber verfasst. Ich liebe die Mitochondrien-Thematik. Sir, ich nehme Eier mit und rede mal mit diesen Wissenschaftlern. Geht, bevor die Medien davor Wind bekommen. Es könnte auch diesen Telefonanruf erklären. Jawohl, Sir. Kommt schon, Eier. Die Meta-Kräfte-Befreiungsfront war für eine freie Nutzung dieser Super-Power-Simmer Hero Academia, was essentiell für Anarchie sorgen könnte, potenziell. Spoiler. Ich hole schon mal den Wagen. Wir treffen uns vorne. Hey, Sally. Die Tür halt. Der Pimmelparasit. Oh Mann, jetzt spoilert doch nicht alles. Jetzt werde ich... Ich habe mich so gefreut. Als ob du jemals mal Hero Academia schauen wirst. Vielleicht. Jetzt, wo es abgeschlossen ist, fast. Werde ich nicht. Ich werde mich gut appearance. Ich werde mich so fern. Ich werde mich so fern, ich werde mich übernehmen. Ich werde mich so fern, ich werde mich übernehmen. Vielleicht würde ich auch mal den Wagen hören. Jetzt kommt der Räumer auf. Das Soundtrack! Okay, es gibt Rastenmusik. Wir gehen in das Naturkundemuseum. Dr. Hans Klamp wird auch dort sein. Dr. Klamp? Was ist sein Aufgabengebiet? Nun, den Zeitungen nach zu urteilen arbeitet er an einer Theorie. Irgendwas mit Mitochondrien, aber es scheint das ganze genetische Spektrum abzudecken. Ja, ich hab auch gerade an SMT gedacht. Das ist merkwürdig. Er hatte einen wissenschaftlichen Doktortitel und arbeitete in einem Museum. Naja, er hat kein Interesse an sozialen Kontakten und lehnt das ab, Zeit außerhalb seiner Forschungen zu verschwenden. Na super, mit dem werden wir bestimmt eine Menge Spaß haben. Ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Sei dieses Mal einfach vorsichtig, okay? Spielst du damit auf die Pressekonferenz an? Ja. Daniel, warum kriegst du dem Chef so in den Arsch? Bist du etwa ein Arschkriecher? Bist du etwa ein kleiner, 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 schmieriger, lappiger Arschkriecher? Kriegst du jeden im Arsch, wenn es um Arbeit und Geld geht, du Arschkriecher? Soll ich dich Arschkriecher Daniel nennen oder was? Ihr seid doch den Streitkräften zur gleichen Zeit beigetreten, oder nicht? Der ist der Arschparasit. Ja, aber das ist Jahre her. Jetzt ist er mein Boss. Arschiel. Boah. Chocobo! Das ist ein Chocobo. Chocobo! Coole Referenz. Jetzt haben wir es, Chat. Final Fantasy und... Und Parasite Eve spielen in derselben Welt. Ich meine, im zweiten Teil gab es ja auch eine Gunblade. Wie bei Final Fantasy VIII. Die spielen in derselben Welt. Schon noch weiter her, seit ich zuletzt im Museum war. Dinosaurier. Die Dinger habe ich als Kind geliebt. Scheint heute ausges... Ich kann nicht lesen. Mal sehen, was der Wachmann für uns zu tun hat, kann. Oh! Ich kann nicht lesen! Ist das Schnee? Das ist Schnee, ne? Bestimmt sind hier Chocobos sowas wie Dinosaurier. Wir werden gleich so eine Skelettenstatue von einem Chocobo sehen. Jeder hat seine Schwächen. Ich kann zum Beispiel nicht schreiben. Aber ich habe nur Schwächen. Hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Einfach, hey, wie geht's? Gut soweit. Es ist nur ziemlich kalt heute. Wir sind vom NYPD. Wir suchen nach einem Dr. Clamp. Er arbeitet doch hier, oder? Klar, den gibt es hier. Er ist gerade oben in seinem Büro. Hat er sich etwas zu Schulden kommen lassen? Nein, wir wollen nur mit ihm sprechen, mehr nicht. Danke Ihnen. Es sollte nicht lange dauern. Und denken Sie dran. Eve könnte jederzeit kommen und Sie verbrennen. Schütten Sie sich vor den Mitochondrien. Mann, Aya! Musst du immer alle abfacken damit! Ganz schön unheimlich. Ihr findet ihn im Forschungslabor, im zweiten Stock. Wo ist die Museumsmusik? Er ist die letzten Wochen ziemlich beschäftigt gewesen. Er ist nicht ein einziges Mal rausgekommen. Danke. Aya wirkt wie eine Schwurblerin. Ja, sie hat gerade etwas Krasses erlebt. So, ne? Okay, Chad, wie kommt man da rein? Klettert er jedes Mal rüber? Ach, Reberegens, könnt ihr euch noch reinschreiben? Das ist Vorschrift. So wissen wir, wer alles hier war. Danke, Aya. Hey, Daniel. Willst du sicher nicht hier runterkommen und es selber machen? Die Listen liegen auf dem Tresen. Danke. Normalerweise gibt es ja so einen Part im Tresen, den du so aufheben kannst und durchgehen kannst. Aber der ist hier komplett zugestellt. Wieso solltest du auf die Stelle, die du hochhebst, was drauflegen? Vor allem... Ich meine, wenn du drin sitzt, okay, vielleicht ja. Aber wenn du ja draußen bist, dann bist du ja rausgegangen und hast die Sachen da runtergenommen. Komisch. Ich glaube, die springen da rein oder so. Ist das ein Knopf? Knopf? Ah, Telefon. Ah, das ist ein Fahrstuhl von unten. Da fährt man rein. Ich dachte, vielleicht springt der immer so ganz cool, so lässig, mit einer Hand so rüber. Du, 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 du Hey, Aya. Hier drüben. Ohne Musik fehlt irgendwas. Ja, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ist das ein Chocobo? Boom, boom, bidu, boom. Hey, ist offen. Lass uns reingehen. Entschuldigen Sie. Hallo? Hey. Dr. Clamp. Dr. Clamp! Ich höre Sie. Wir sind vom NYPD. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Doktor, wir suchen nach Hinweisen bezüglich des Vorfalls, der vor kurzem geschehen ist. Entschuldigen Sie mich? Entschuldigen Sie mich? Achso, beschuldigen Sie mich. Was? Schon wieder? Was war das? Dieser Mann. Ich glaube, ich kenne ihn. Ach, das ist Dr. Clamp. Aus der Vision. Wir sollen wahrscheinlich die ganze Zeit denken, dass das kleine Kind in Ihrer Vision sie ist. Aber das ist sie gar nicht. Zogst du das heute durch? Ich denke nicht, dass ich das heute schaffe. Was ist los? Alles in Ordnung, Aya? Ja. Ja. Wir wollten Sie zu Ihren Forschungen über die Mitochondrien befragen. NYPD, warum sind Sie an meiner Arbeit interessiert? Die Verdächtigen erwähnten, dass die Mitochondrien ihre Freiheit erlangen würden. Nun haben sie... Diese Verdächtige ließ Menschen in Flammen aufgehen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Dann transformierte sie sich in eine Art Monster und rannte davon. Da sie Mitochondrien erwähnte, hatten wir gehofft, dass sie uns mit einigen Informationen weiterhelfen könnten. Sie beide haben also absolut keine Ahnung, wozu Mitochondrien eigentlich fähig sind. Klugscheißer. Oder? Die Mitochondrien, sie besitzen einen eigenen, einzigartigen genetischen Code. Ihren eigenen? Sie meinen, sie sind ein eigenständiger Organismus? Korrekt. Also wie ein Parasit, oder was? Parasit? Interessante Umschreibung für dieses höchst faszinierende Wesen. Also heißt es eigentlich gar nicht Parasite Eve, sondern Mitochondrien Eve. Aber sie dachten sich, das Wort wäre ziemlich uncool für einen Videospieltitel. Wir können ohne die Mitochondrien nicht leben, verstehen Sie das? Die Mitochondrien erzeugen Energie für uns. Ohne sie sind wir nichts. Wir sind nur hier, weil die Mitochondrien es erlauben, hier zu sein. Unser Gehirn zum Beispiel. Die Gehirnfunktionen stehen durch die Interaktion von Axonen und Bindrieten. Diese Interaktion ist nur möglich, da die Mitochondrien die Energie dazu bereitstellen. Wussten Sie, dass Mitochondrien in der Lage sind, eine elektrische Entladung von 200.000 Volt durchzuführen? Das betrifft nicht nur die elektrische Entladung, sondern geht sehr wohl, auch für Wärmeenergie. Ah, deshalb sind sie entzündet worden. Wärme? Dann waren diese Verbrennungen von letzter Nacht. Damit ein Mensch in Flammen aufgeht und anfängt zu verschmelzen, ist eine Temperatur von 1600 Grad Celsius notwendig. Viele hunderte Mitochondrien befinden sich in einer einzelnen Zelle. Wenn alle Mitochondrien im Körper sich zur gleichen Zeit entladen, wird eine gewaltige Menge an Energie erzeugt und freigesetzt. Einen Menschen in eine Art flüssige Masse zu versetzen, wäre mit dieser Menge an Energie ein leichtes. Sie behaupten also, dass die Mitochondrien diese Menschen entzündet haben? Doktor, Sie mögen recht haben, dass wir die Mitochondrien zum Leben brauchen. Aber letzten Endes benutzen wir sie nur als Energiequelle, richtig? Ich bin gegen Mitochondrien, Shad. Ich finde, Mitochondrien sind zu gefährlich und wir sind viel zu abhängig von den Mitochondrien. Ich finde, wir sollten uns von den Mitochondrien befreien und ich distanziere mich hiermit. Von allen Mitochondrien. Sie haben keine Ahnung, die Mitochondrien haben Kontrolle über das Wachstum eines Organismus. Nehmen Sie unsere Hand als Beispiel. Bevor wir geboren werden, isst sie einfach nur in Klumpen aus Fleisch. Wenn die Zellen zwischen diesen Klumpen zerfallen, entsteht die erste richtige Form der Finger. Wenn die Zellen, die den Körper erschaffen, nicht mehr gebraucht werden, erhalten diese ein Signal zum Absterben. Dieses Signal wird von den Mitochondrien versendet. Wenn dieses weitergeleitet wird, wird die genetische Information im Zellkern abgeschnitten und die Zelle stirbt infolgedessen. Gleiches könnte man auf das Altern übertragen. Die Mitochondrien mutieren zehnmal schneller als Zellen. Natürlich trifft das auch auf mutierte Form der Mitochondrien zu. Junge, hätten wir das vor GTA gespielt, dann hätte ich in meinem Voice-Commands Mitochondrien reingenommen. Mitochondrien anstelle von Ente. Wenn sich zu viele mutierende Mitochondrien vervielfältigen, sinkt auch die Produktion von Energie. Diese Verschlechterung der Energieproduktion könnte man mit dem Alterungsprozess vergleichen. Und? Sind Sie immer noch so törig zu denken, dass wir die höhere Spezies sind? Junge, aber Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass die Mitochondrien das alles bewusst tun, oder? Als ich sagte, dass die Mitochondrien zehnmal schneller mutieren als herkömmliche Zellen, wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass sie sich auch zehnmal schneller weiterentwickeln können. Seit Beginn der Evolution entwickeln sich Mitochondrien in dieser Geschwindigkeit weiter. Es wäre keine Überraschung, wenn sie bereits eine Macht besitzen, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Es wäre in der Tat keine Überraschung. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wir sind komplett cooked, Chad. Mitochondrien gibt es auch im echten Leben. Und die entwickeln sich schneller als vier, wir sind cooked. Es gab einen Wissenschaftler, der versuchte, die Mutationsgeschwindigkeit der Mitochondrien zu bestimmen. Damit wollte er eine Verbindung zur menschlichen Abstammung herstellen. Im Jahr 1987 wurde bekannt, dass die Wurzeln der gesamten Menschheit zu einer einzelnen Frau in Afrika zurückzuführen sind. Diese Entdeckung wurde auf der ganzen Welt bekannt gegeben. Und damit verbreitete sich auch die Mitochondrien-Theorie wie ein Lauffeuer. Wissen Sie, wie man die Wurzeln alle ursprünglich nannte? Mitochondrien-Eve. Ich habe das noch vorher gecallt, dass das Spiel ja eigentlich auch Mitochondrien-Eve heißt. Herrlicher Name. Einfach wunderbar. Eve? Die Verdächtige im gestrigen Fall nannte sich selbst auch Eve. Was? Hey, wenn Sie noch irgendwas wissen, dann sagen Sie uns besser jetzt sofort. Sie nannte sich selbst Eve? Entschuldigen Sie, aber ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Ich würde mich jetzt gerne wieder meinen Forschungen widmen. Sie finden ja den Weg hinaus. Das heißt, wir kämpfen nicht wirklich gegen einen Parasiten, sondern fucking gegen unsere eigenen Mitochondrien. Und es... Die sich einfach zu schnell entwickeln. Die sich weiterentwickelt haben. Die uns überholt haben. In der Evolution. Ist schon dumm. Nee, ich lieb's. Hey, Sie erklären jetzt besser, was zur Hölle hier vor sich geht. Daniel, lass gut sein. Gehen wir einfach. Gottverdammter! Äh, wo gehen wir hin? So, ein Banger. So, ein Banger. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Die Mitochondriale Eve ist ein Begriff aus der Archäogenetik und bezeichnet eine Frau aus deren Mitochondriale-DNA, die Mitochondriale-DNA aller heute lebenden Menschen durch eine direkte Abstammungslinie hervorgegangen ist. Ihr männliches Gegenstück ist der Adam des Y-Chromosoms. Theorie. Betrachtet man verschiedene Gene oder auch andere abgrenzbare Abschnitte des Genoms, Genom des Metal Gear, bei verschiedenen Individuen stellt sich, stellt man in der Regel fest, dass es bei unterschiedlichen Individuen leichte unterschiedliche Varianten gibt, die Allele genannt werden. Wo und wann lebte Eve? Y-Adam ist Endgegner. Ja, 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 ja. Okay. Wilde Theorie auf jeden Fall. Überleg mal, wir sind einem Auto gar nicht mal so unähnlich. Wir verbrennen Zucker, Auto, Benzin, also auch Kohlenstoff und pusten CO2 in die Luft. Verdammt. Wir sind Autos. Chat, ich bin Ford Focus. Junge, ist der riesig. Hab dich im Fernsehen gesehen. Du bist hier aus dem 17. Revier, stimmt's? Du bist diese eine Überlebende. Cars is real. Das ergibt Sinn. Chat, das jetzt ergibt alles Sinn, weil... 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 Ich auf sie so einen Crush hatte. Und ich dachte immer, ich bin immer weird. Dabei bin ich nicht weird. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Boom, 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 boom. Hub mal. Glaub mir, das alles hier hat meinen Urlaub komplett versaut. Die sollten mir lieber gleich ein paar Tage Sonderurlaub für dieses Chaos hier geben. Was machst du eigentlich hier? Junge, die mit der Knarre in der Hand auch noch. Hey, du kannst ja nicht da einfach reinplatzen, Mann. Für dich gibt es hier auch keine Sonderbehandlung. Piss dich. Okay, ich geh schon. Bitte hub nie wieder. Ja, wir Menschen hupen natürlich ein bisschen anders als Autos. Weil bei Autos ist es natürlich ja... Ist jetzt ja unecht. Bei uns Menschen ist es ja echt. Was zum Henker stimmt nicht mit diesem Typen? Ich kann den nicht ab. Der fährt gerade einfach 250 kmh. Das ist schneller sogar als 250. Wir sind im Überraum. Scheiße. Das ist der Mass Effect. Dieser Mann. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht, wo. Am dessen ruft. Junge, wenn sie ruft, wenn sie ruft, dass sie gerade allein zu Hause ist. Boom, 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 boom. Daniel hier. Was? Alles klar. Wir sind gleich da. Ah ja, scheint so, als ob wir einen Durchbruch in dem Fall hätten. Was? Wir müssen zurück zum Revier. Ah ja, halt dich fest. Ich gebe Vollgas. Er muss schneller zurück zur Arbeit, um keine Zeit mit seinem Zone zu verbringen. Das ist noch nicht Vollgas. Er ist gerade gemütlich gefahren, okay? Er ist ganz entspannt gefahren. Hey, Katie. Hey. Hey. Wir drehen vollkommen durch. Ich frage mich, was passiert ist, Mann. Ich finde die auch geil, die Story. Ich mag die bisher sehr. Barker? Barker ist nicht hier. Baker. hat so ein bisschen was von, äh, hat so ein bisschen B-Movie-Vibes. So ganz Horror ist das leider noch nicht. Das ist eine Aussage, die mich abfuckt. Hört auf, sowas immer zu sagen, Chat. Das ist ein Horror-Game, okay? Hey, wir haben eine Notfallsitzung im Konferenzraum. Aber wo Jumpscare? Ja, mich, mich nervt das, Mann. Ich merke schon selbst, wie ich mich selbst, äh, einschränke, bei manchen Horrorspielen. Sie zu spielen. Weil ich weiß, dann kriege ich solche Kommentare im Chat. Immer. Immer, wenn ich irgendwas spiele, was nicht diese typischen 0815-Horrorspiele sind. Dann gibt es immer Leute, die das immer kommentieren. Immer. Und ich habe das Gefühl mittlerweile, ich schrecke mich sogar ein. Dass ich mir immer denke, ja, ich muss eigentlich irgendwas spielen, was richtiger Horror ist. Und ich weiß, das ist ein Problem in meinem Kopf. Ja, es war jetzt nicht auf dich auch bezogen, Luke, aber, ja. Wir beginnen mit dem Meeting, lass uns reingehen. Melissas Solo-Konzert wäre heute gewesen. Sie ist nach dem Zwischenfall der letzten Nacht verschwunden und das Konzert wurde abgesagt. Aber die Leute treffen sich trotzdem noch vor der Bühne. Wir dürfen kein weiteres Massaker zulassen. Das Konzert ist im Amphitheater des Central Park. Da geht es gleich wieder ab. Central Park? Was ist los, Daniel? Ben und Lorraine, sie sind auf diesem Konzert. Och du Scheiße. Was? Was zur Hölle? Baker, mein Sohn, ist in Gefahr. Daniel. Ah ja. Ah ja. Passen Sie auf ihn auf. Jawohl, Sir. Ich kriege noch eine Morderlaubnis? Ich check das mit dieser Morderlaubnis nicht. Ich hatte vorhin ja auch schon eine. Da rennt er. Gleich wieder mit 600 kmh durch die 50er Zone. Wann lässt du mich endlich die Waffen modifizieren? Ich habe mich nicht hierher versetzen lassen, um den ganzen Tag nur aufs Lager aufzupassen. Solange du Waffenspielzeug ansiehst, wirst du sie nicht anrühren. Hey, ich weiß, dass ich bessere Waffen herstellen kann als du. Waffen sollten nicht stärker sein, du Hohlbirne. Sie sollten sicherer sein. Na schön, du Klugscheißer. Nö, Hauptsache, die Wumme knallt, Digga. Was für sicher. Das Ding muss knallen. Aber das gilt auch für dich. Du kannst mit Waffen nie vorsichtig genug sein. Hast du die Morderlaubnis von Baker bei dir? Also die Morderlaubnis ist einfach nur, dass ich eine Waffe geschenkt bekomme? Nee. Ah. Alles klar, warte hier. Ja, ich hatte ja vorhin eine Morderlaubnis gehabt, die habe ich ihm gegeben. Aber irgendwie habe ich keine Mord, nichts modden dürfen. Ich habe dann einfach, anstatt etwas zu modden, habe ich eine Waffe geschenkt bekommen. Denk dran, Polizisten besitzen Waffen zur Verteidigung. Lass nicht zu, dass die Waffe dich besitzt. Ja, Junge, dieser Typ, ey. Die Waffe ist nicht das Gewehr. Die Waffe sind wir Menschen. Twitch-Chat-Mod-In-Game, ja. Die nächste Vorstellung, die jetzt in Flammen aufgeht. Mito-Hondrien, die Mito-Hondrien, die Mito-Hondrien, die Mito-Hondrien. Was zur Hölle? Will Melissa, äh, nein, ich meine Eve von uns. Scheint so, als ob sie Leute an einem größeren Ort versammeln will. Verdammt, diese Dinge hat mein Junge da mit reingezogen. Dafür will sie bezahlen. Beinen wir uns. Halt durch, Ben, ich komme. Auf einmal hat er Zeit für seinen Sohn. Was war euer Lieblings-Mitochondrium? Äh, Chromosomen-Y. Daniel, hör auf! Ich muss meinen Junge holen, frisch, frisch, frisch legen. Wow! Manchmal muss man erst denken, bevor man handelt, alter Mann. Mir ist egal, ob ich verbrenne. Ich werde gehen. Die Mitochondrien in seinem Arm waren gerade frei. Ben ist mein Sohn. Er ist die einzige Familie, die ich noch habe. Verdammt, ich kann nichts tun. Überlasst es mir. Ich, ich aber... Ich bringe sie wohlbehalten zurück. Ich verspreche es. Außerdem braucht ich Ben. Es hilft ihm auch nicht, wenn du tot bist. Na gut, ich zähle auf dich, Aya. Ich weiß. Okay, ab geht's, Chat. Okay, wir können direkt hier speichern. Also jetzt geht quasi das Game los. Wir hatten jetzt ein Prolog gehabt, dann ein Intro und jetzt geht das Game los. Ja, Munition. Ja, Munition. Und Felix verbrauchen die Waffen um die gleiche. Also ob ich jetzt Piefpaf oder Dritt mache. Schlange! Okay, das ist echt ein langweiliger Gegner. Machen wir nur zwei Schüsse? Okay, die Gegner sind ja arschlangweilig. Okay, die hält ja viel zu viel aus. Die rote Schlange. Middle Eye Shoot! Ich wollte dem Spiel ja nochmal eine Chance geben, indem ich es auf eine CD brenne und dann über Original Hardware spiele. Weil ich hatte ja immer am PC-Morbulator, habe ich immer so ein bisschen Probleme gehabt. Mit dem Mikrofon, dass es manchmal nicht richtig getrackt wird. Und vielleicht, wenn ich das so wie originale Konsole spiele, mit einem richtigen Mikrofon, also mit einem Playstation-Mikrofon, dass es dann vielleicht besser läuft. Lifeline. So ein PS2-Spiel, was glaube ich bei uns auch nie rauskam. Und das steuert man komplett nur mit Wörtern. Das habe ich irgendwie ein paar Mal gestreamt. Und dann hatte ich jedes Mal einen Nervzusammenbruch. So wie GTA, ja mehr oder weniger. Es ist schon mit Story so. Also du bist quasi ein Typ, der in einem Überwachungsraum eingesperrt ist. Und dann mit einem Girl, die rumläuft, ihr halt sagt, wo sie hin sollen. Wo sie hin sollen, was sie machen sollen, wen sie anschießen sollen. Aber wenn die alle dieselbe Munition verbrauchen, ist das egal, mit welcher Waffe ich spiele? Ich habe jetzt vor kurzem Mal ein Toy-Spiel gespielt. Okay, die Vögel, Alter, mit der M16. Stark. Coole Gegner-Design gab es wohl nur im Intro. Jetzt kommen nur so normale Schlangen, normale Vögel. Oh, da ist schon jemand verbrannt. Hör auf, es geht. Stopp. Ich war hier. Das hast du gut erkannt. Können wir im Fernsehen schauen? Ich kann hier nichts looten? Okay. Kurz mal nochmal abchecken. Mit den anderen Texturen. Hast du den Tisch verschoben? Ich habe den Tisch gegessen. Wer ist der denn? Ist das, das soll ein Affe sein, ne? Also das war mal ein Affe. Was macht ein Affe hier im Park? Jo, der hat einen Bumerang-Arm. 20 Gigabyte, damit das Arsch aussieht. Wie der... 15 Munition, stark. Das war viel Schaden. Hier ist die M16. Die böllert gut rein. Abysianer. Bald kann ich bestimmt auch noch zaubern. Ich kann ja gerade nur heilen und analysieren. Jo! Wie lange er seinen Bumerang anwerfen kann. Das ist einfach so eine Banane. Hey! Hey! Ich sterbe. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, so Feuer und so ein Schiff. Er hat mich fast getötet. Verlangsamen habe ich hier gelernt. Debuffs, okay. Ich kriege auch Debuffs, Alter. Ist ja nett, dass die hier so überall im Park einfach Kisten und Munition liegen gelassen haben. Achso, so laufe ich im Kreis. Amerika halt, ja. Liegen überall im Park rum. Magazine. Die Schlangen sind so scheiße, ne? Du, Witt. Das heißt, mehrere Waffen mitzutragen, kriegt ja gar nichts. Wieso soll ich jetzt die Pistolen spielen? Ich habe jetzt sogar gerade eine Pistole getroffen. Wieso soll ich die benutzen? Ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Ich kann entgiften. Gegengift. Löwe. Wahrscheinlich geschlossen. Ja, bitte jetzt ist ein Schlüssel, okay. Was ist, wenn ich eigentlich die Filter auch ausmache? Hat auch was, ne? Nein. Blendet? Das hatte ich vorher geblendet. Nee, der Arsch ist jetzt nicht mehr so scharf. So sieht der FF7 bei mir auf dem V nur noch schärfer aus. Boah, jetzt geil. Das jetzt auf so einem kleinen Röhrie. Röhrie. Äh, nee. Fortnite-Skins habe ich noch nicht runtergeladen. Und die komische Fortnite-Tanz-Mod hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Normalerweise, äh, was heißt normalerweise? Aber man kann theoretisch machen, dass sie, wenn sie einen Kampf gewinnt, immer einen Fortnite-Tanz macht. Was ist das? Ist das einfach ein Stück Kacke? Ist das einfach Erde oder so? Erde mit Ranken? Da haben auch die Mitochondiren reingekickt. Ich bin mir nicht sicher, was das da steht. Es sind irgendwelche Ranken. Vielleicht einfach Ranken. Aber da Ranken einfach alleine, nicht cool aussahen, dachten die, da kommt halt Erde mit raus. Oder so. Äh, ich bin im Kreis gelaufen. Wo war eigentlich der letzte Safe? Äh, auf dem Parkplatz. Was ist da draußen? Ah, hier geht's noch ein. Hallo? Okay. Kann nicht damit interagieren. Hm, 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 hm. Ich speichere schon zwischendurch. Okay, keine Sorge. Ich mach das schon. Wieso macht er so viel Damage? Okay, ich mach das doch nicht. Okay, ich mach das doch nicht. Ja, ich weiß, ich hab Medizin. Die heilt aber nur irgendwie fünf mehr oder so, glaub ich. Oder zehn. Ja, dass er mir gerade einfach 27 Damage reingedrückt hat, das war gruselig. Oder 15. Nee, nee, nee. Ich glaub, meine Heilung macht 30 und die Medizin macht 40. 45. Nee, die Medizin macht 45. Okay, wir sind doch 15. 14. Ich hätte gewonnen, was bekomm ich, einen feuchten Hemdedruck. wie bist du auf das spiel eigentlich gekommen ich hatte schon länger vor gehabt zu streamen und vor irgendwie einer woche oder so wurde im discord trailer für spiel gepostet was gameplay mäßig daran inspiriert ist und dann dachte ich mir stimmt da war ja noch was und da ich momentan irgendwas besonderes am freitag haben wollte und nicht den typischen einheitsbrei dachte ich mir das kommt ganz gelegen dass wir endlich mal damit anfangen hier brauche ich auch ein schlüssel das andere spiel heißt chat weiß das jemand was ich meine paul bist du da ich habe den namen vergessen leider ja 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 Sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich hoffe, da gibt es Rankengegner mit Kot. Irgendjemand hat vorhin im Chat geschrieben, da ist was im Regal. Vielleicht habe ich hier was übersehen, äh, nicht übersehen, sondern den Schlüssel vielleicht hier übersehen. Ich spamme X. Aber hier ist auch nichts. Lauf mal gegen den Tisch. Du kannst ihn schieben. Oh mein Gott. Hätte ich nie gefunden. Du benötigst einen Schlüssel. Ja, das ist manchmal die, die, die Hit, quasi die Hitboxen für manche Dinge, für die Interaktion sind irgendwie manchmal sehr, sehr klein. Ja, ich komme momentan noch in gar keinen Raum rein. Ich muss gerade irgendwie den Start finden, irgendwo einen Schlüssel finden, damit das hier anfängt. Der Gameplay Loop. Aber den suche ich gerade. Der ist auch zu. Der ist auch zu. Nee, mit dem konnte ich ja nicht interagieren. Vielleicht habe ich da auch den falschen Frame getroffen. Ich spamme. Nee, geht nicht. Damit interagiert sie halt gar nicht. Sie sagt nicht mal, ey, ist verschlossen. Aber hey, ein bisschen leveln. Dann habe ich später weniger Probleme. Ich habe nur noch eine neue Fähigkeit gelernt. Und die droppen auch immer Munition, mehr als ich brauche. Mehr als ich benutze. Stimmt, ich habe noch diese Bonuspunkte, Chat. Ich habe noch irgendwie Bonuspunkte, die ich verteilen kann. Ich habe 226 Bonuspunkte. Ich kann was skillen. Beschleunigt AT-Aufladung. Taschenplätze erhöhen. Ja, so viel. Ich kann auch die Waffe verbessern. Die Waffe ist schon gerade stark genug. Also ich würde, glaube ich, das hier, dass sich das schneller auflädt vielleicht. Dass ich mich dann auch öfter heilen kann. Wenn du den kleinen Raum findest, geh bitte noch mal zum Tisch. Raum. Und dann spammen rechts die Schubladen durch. Habe ich da wieder was übersehen? Ich habe da alles durchgespammt. Du hast noch nicht gelevelt? Nee. Ich bin gerade reingejoint. Und holy shit, diese Grafik erinnert mich an diese Tierarzt Praxis DS Game. Hör auf. Hör auf. Sag das nicht. Ich habe Yadokoku nur als kleines Kind mal gespielt. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Außer, dass es irgendwie einen Turm gab und man dort Monster fusionieren konnte oder so. Nein, das stimmt nicht irgendwie. Ich musste die ganzen Horror-Game-Jokes verkneifen. Ja, sag. Was für Jokes. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht mal, welches Tierarzt-Praxisspiel ihr redet. Nee, nicht Schrank. Das ist hier für Zoo. Nee, ich gehe nicht zurück. Schrank-Rosin? 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 Eventual ist voll. Äh, was ist eigentlich Schrott? Kaputter Gegenstand. Was mache ich aber mit Schrott? Brauche ich das überhaupt? Macht das einfach nur das Inventar voll? Medizin noch? Junge, ich habe schon so viel Medizin. Okay, Verteilung. Yoko Shimomura habe ich hier beim Soundtrack mitgemacht. Oh, neue Rüstung. Für 300 Schrott gibt es eine Spezialwaffe, aber das Farm dauert. Ja, ich denke mal, dann kann ich es wegwerfen. Hä, ist das keine Rüstung gewesen? Ich denke mal nicht, dass ich das Game jetzt so krass farmen werde. Ich verstehe das mit diesen Slots nicht. Jetzt habe ich es einfach weggeworfen? Ich habe jetzt irgendwie was für die Rüstung gefunden, habe es aktiviert und es ist einfach verschwunden. Es gibt viele verschiedene Arten von Regenwaldschlangen. Einige von ihnen sind giftig, aber die meisten sind harmlos. Schaut euch den braunen Affen an. Er ist einer unserer vielen verspielten Regenwaldfreunde. Ja, der will richtig gerne spielen. Die gigantischen Würmer Südamerikas sind sehr wichtig für das ökologische Gleichgewicht des Regenwaldes. Ach, das sind teilweise Würmer. Okay. So, jetzt soll ich noch mal zum Schrank gehen. Der eigentlich geschlossen ist. Was soll ein Würmer sein? Ich denke mal die kleinen Schlangen. Wir haben hier die großen Schlangen und kleine Schlangen. Und die kleinen Schlangen sind halt die Würmer. Sieben Damage! Ja, okay, Jungs, chillt! Ich brauche aber auch mehr Medizin, dann habe ich mal ein bisschen mehr Platz. Pass auf, Chat! Oh, ich habe mittlerweile Heilung 2! Ich wollte ihn jetzt verlangsamen oder so, aber okay. Heilung 2, okay. Der boxt mich einfach. Ja, einfach in die Gegner reinlaufen. Einfach in die reinlaufen und dann im Nahkampf. Dann macht man auch schön Crip-Damage. Okay, scheinbar scheint der Zooschlüssel für alles zu sein. Ein Granatenwerfer. Der ist scheinbar für alle Türen in diesem Laden hier zu sein. Ähm... Granatenwerfer. Der macht weniger Damage, aber der macht wahrscheinlich Brandschaden oder so. Hier, ergänzte Munition einen Hitze-Effekt. Das ist trotzdem immer noch dieselbe Munition. Ich habe keinen Schraubenschlüssel. Haben die Beste gefunden! Jetzt kann ich alles wegwerfen. Oh, nee! Tai... Ponyo! Ich denke mal, wir gehen wieder hinten in den Garten. Und dann kann ich die Tür hier öffnen. Das Gittertor. Aber sie könnte auch schon ruhig ein bisschen schneller laufen, oder? Die ganzen Tiere sind ausgebrochen. Ach! Echt Eier? Junge, 50 Tiere abgeschlachtet. Oh, die ganzen Tiere. Die sind ja entkommen. Ich kann nicht über die Leiche drüber steppen. Da. Da drin ist der Boss. Der wird gleich mit Handgranaten, äh, mit Feuergranaten beworfen. Wenn der überhaupt eine Schwäche gegen Feuer hat, aber ich denke, ne? Wir kriegen hier jetzt so eine Feuerwaffe. Was davon ist jetzt die Tür? Ich bin mir nicht sicher. Ich komme da nicht rein, glaube ich. Das einzige Tier sind wir Menschen. Am Ende des Tages sind wir alle gleich. Ob Tier oder Mensch. Wir alle werden kontrolliert von Mitochondrien. Ja, äh, Amphitheater. Wir wollen ja zum Amphitheater. Da gibt es jetzt irgendwie so einen Auftritt. Da ist es. Und das Amphitheater ist halt, ja, im Zoo. Die Feiertage bringen uns alle, allen die größte Freude. Sing mal, Kedus. Und dieses Weihnachten wird das Besonderste überhaupt. Es gibt eine Steigerung von besonders. Besonders. Besonderer. Am Besondersten. Doch, ne? Geht, oder? Kann man... Kann man besonders steigern? Ja? Arrg! Besonders, weil ich nicht länger auf einen Wirt angewiesen sein werde, wie es seit Urzeiten der Fall war. Menschen sind schwache, sich selbst entwickelnde Mitochondrien. Die Mitochondrien müssen nun den Zellkern übernehmen. Ja, ich dachte, das ist irgendwie sowas wie bei gut, besser, am besten oder sowas. Dass da auch irgendwie so eine Unregelmäßigkeit gibt. Okay! Äh! Besonders hart keine Steigerung anscheinend. Also habe ich doch recht gehabt. Arschloch, Draghi? Ich muss hinter die Bühne und sie aufhalten. Warum nicht? Weil du gesagt hast, ich bin betrunken. Oh, sie singt wieder. Willkommen zu meiner heutigen Slime-Challenge. Herr Einwerfen, ich habe mir das mit Eva nochmal angeguckt und versuche mich kurz zu halten. Also es gibt die sogenannte Endosymbioten-Theorie, die besagt, dass der Vorfahre der heutigen Tierzelle den damaligen Vorfahren des Mytochondriums aufgenommen hat. Doch statt ihn zu ersetzen und zu verdauen, lebten sie beide in Symbiose. Einer verbraucht Energie, um am Leben zu bleiben. Und einer erzeugt sie. Lore. Warum? Warum tust du das? Du schon wieder? Aber du bist zu spät. Aber ist jetzt Lorien, Lorraine und Ben tot? Diese Nacht wirst du meine Pläne nicht durchkreuzen. Buhu! Stopp! Ja, bestimmt spoilert jetzt Johannes einfach die Story hier. Ich lese lieber nicht, was er schreibt. Das wie auch bei optimal, das ist das stärkste Wort, aber das optimalste ist im Nächsten am Optimalen. Am Nächsten am Optimalen. Es ist optimal... Egal, Mann, scheiß drauf. Ich bin mal in der Kiste. Als ob die Kamera jetzt so verdreht ist, dass ich das nicht mehr sehe. Äh, ja, nicht schief. Dankeschön für vier Monate. Ganz hin in der Ecke. Dicker! Da. Aber wenn, dann hätte ich nicht optimal optimalste, sondern ich hätte gesagt optimal optimaler am optimalsten. Ich hätte es nicht optimal. Ich hätte es nicht optimal. Ein Hamster! Ja, das ist so ein mutierter Hamster. Die Ratten sind ja auch riesig geworden. Ja, komisch, ne? Die komischen Affen mit ihren Boomerängen haben mehr Damage gemacht als ein riesiger Hamster mit Klauen. Also wenn ich ein Spiel habe, das mit 60 FPS läuft, auf einem 60 Hertz Bildschirm, dann ist es optimal. Es geht nicht besser, aber wenn ich eine noch bessere Grafikkarte einbaue, dann ist es optimaler als das, was schon optimaler war. Rede Deutsch, Mann. Aber ich habe irgendwie gedacht, das Spiel ist viel, viel schwieriger. Aber von bisher geht es voll klar, ne? Die Gegner sind gar nicht so stark. Man kann voll easy heilen. Man kriegt super viel Munition. Ich dachte, so ein Spiel aus den 90ern, so ein Survival-Game, das wird richtig hart. Ja, Spaß macht's. Aber ich hatte halt nur Angst gehabt, dass das so ein, äh, äh, dass es mies reinhaut, das Game. Boah, schmeiß ich eine Geheilung weg? Oder eine Medizin? Ich glaube, ich schmeiß eine Medizin weg. Ein Tool ist das. Okay, das können wir direkt verbrauchen. Das heißt, wenn ich jetzt das Tool... Äh... ...ne, das Tool kann ich nur... ...nur, äh, bei der Polizei benutzen, ne? Ich kann das leider nicht unterwegs benutzen. ...bis du später mit zwei Hits gekillt wirst. Das war für dich der Punkt, wo es frustrierend war und du aufgehört hast? Das ist bestimmt der richtige Weg. Oh, ich wünschte, sie würde ein bisschen schneller laufen. G können wir selbst heilen. Ja, wir können auch normal selbst heilen. Das ist es ja. Und mit Mana kann ich halt 60 heilen und mit der Medizin nur 45. So, warte, ich check jetzt mal kurz vorher, ob das wirklich was bringt. So, meine Rüstung macht jetzt 19 plus 3. Und jetzt macht sie 19 plus 4. Okay, da. Ich dachte, das sind Slots, aber das sind gar keine Slots. Dem Zoo rennt man nicht, wieso nicht? Wer sagt das? Boom! Okay, bei dem macht man ja gar keinen Schaden mit Feuer. Der ist die Mut gegen Feuer. Was mit der anderen? Ich bin vergiftet. Das erste Mal in meinem Leben. Vielen Dank. Das ist der nevleinig aus 700-jährig. Beside das und unterdorinigen. Was mit der anderen원? Was mit der anderen Telefon modelpentrele? Das ist gut. Feiertel-Red해at Julian. Wer masten, was mit der anderen Familie zu arbeiten? In erster Zeit, die Frau, die K sensorypannung hatte. Oh, ich kann auch abhauen. Entgiftung. Ja, Vergiftung tut weh. Kann ich nicht empfehlen. Oder ist das der richtige Weg? Hamster und Vogel. Junge, der Hamster ist so ein Pirat, der hat so ein Eyepatch. Das ist Wolibeer. Ich hätte es gar kein Hamster. Ich habe kein Trauma mit den Leak-Namen. Sorry. Schon wieder Schrott. Der Inventar ist voll. Eine neue Weste. Die gibt plus ein Slot im Inventar. Ist die denn auch besser? Nö, die hat aber PE-Energie mehr und kritisch mehr. Ne, ich bleibe auf Verteidigung. Ich will lieber mehr Tang. Okay. Man läuft hier nur im Kreis. Dann laufen wir zurück. Ich meine, auf PE-Energie zu gehen, wäre vielleicht auch not bad. Dann kann ich öfters heilen und so. Aber ja. Nicht du schon wieder, mein älter Erzfeind, die Schlange. Kannst du von der Brücke springen? Was ist das denn? Was habe ich dir getan? Wer fragt mich, ob ich einfach von der Brücke springe? Ach, In-Game. Yo, ciao. Mitochondria. Ja, okay, vier Vögel. Ja, genau der fliegt weg. Junge! Wieso haben die alle Schrott dabei? Ah, ne, hier war das Modding. Waffe modifizieren. So, jetzt geht's ab, Chat. Trink doch selber. Bin ich hier denn, bin ich hier denn, dein Springaffer oder was? Okay, mal gucken, wie stark das jetzt ist. Er ist geplatzt. Ja, Schlangen! Okay. Das ist gar nicht mal so geil. Jetzt mache ich ja gar kein Damage mehr bei denen. Um... Das macht gar nicht so viel Damage. Crit? Ja, ich hab auf Chat vertraut, ich hätte die Granatenwerfer lassen sollen. Hallo? Äh, eine kleine Heilung. Jetzt sind wir wieder schuld, ja. Ich hab dir gar nichts gesagt. Nee, jemand anderes. Ich hab gesagt, ich soll Feuer darauf packen. Ich dachte, das ist smart. Das ist nicht smart. Mir gefällt es nicht. Jetzt hab ich meine Waffe versaut. Kannst du einen Panzer spawnen? Äh, nee. Ja, ich hätte Feuer auf den Granatenwerfer lassen sollen. Und wenn dann Gegner kommen. Die halt eine Schwäche gegen Feuer haben. Dann hol ich den Granatenwerfer raus. Und ansonsten, bleib ich halt auf meinem. Biubiubiu,Desacken Das war ich schon. Check mal, was war unten ab Okay, hier ist der Boss, oder? Oben ist bestimmt der Speicherpunkt So, wieder verbessert Hier liegen jetzt so Upgrades für die Rüstung Bereite dich vor für den Bosskampf, jetzt geht's ab Aber wieso sollte oben ein Telefon sein? Oder ist einfach nur ein Durchgang unten eigentlich Ein Mitochondrien-Panzer also Okay, wenn die jetzt auch immun sind gegen Feuer, weine ich Pfff, oder wie die platzen, Junge Ah, trifft mich das Gift, ey Ich bin leveled ab Benutz PE, um Schaden abzusubieren Ich hab ne Barriere Nice War die ganze Woche angekündigt, Moritz Du musst auf den Wochenplan schauen, Moritz Auf den Wochenplan Ja, ich geh hier einfach nur drum Okay Ich hab jetzt Bonuspunkte wieder Holt mir einen Taschenplatz Ach komm, holen wir uns einen Taschenplatz Ich glaub, ich hätte lieber auf Mana gehen sollen Äh, äh Mana ist strong Ich glaub, Mana ist sehr stark in dem Spiel Okay, hier Speicherpunkt Und dann kommt Bosskampf Puh Der Krill Nee, ich schaff das heute nicht durchzuspielen Jetzt spielst du lang Noch mehr Schrott Boss mit Feuerresistenz Das wär geil Da ruhig mein Schlagstock raus Wird niedergeknüppelt, die Sau Psh, 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 psh Jujutsu Jujutsu Boss Arena Ich weiß nicht, ob jetzt noch vor dem Boss Noch ein random Bosskampf geht Nee, das ist wahrscheinlich jetzt der Bosskampf, oder? Ja Barriere, Barriere Ich mach eine Barriere Null Damage Null Damage Gegen Barriere Fast getroffen Nice Wo war mein Zweck? Größer? Stimmt, die sind größer geworden Die sind ja gigantisch Vielleicht heil ich mich jetzt, okay? Ja, auf mein Kopf Schade By the way Machen wir mal Analyse So Interesse Leicht zu stehlende Objekte Ich kann den bestehlen? Wie bestehle ich den? Wie bestehle ich den? Ich hab keinen Ausraubenskill Ich hab keinen Ausraubenskill Der klaut nix Vor allem er Er klaut nix Yo, der riesige Wurm Yo, der Damage Ja, okay Ich hab geboxt, die Sau Der trifft Kriege ich den Q Wenn ich was geklaut habe? Braucht"? Ein paar zu weit weg Du bekommst Nachrichten geben. Yo! Ich hätte ihn einfach töten sollen. Ich hätte ihn nicht versuchen sollen zu klauen. Okay. Geiler Wurm. Hau den Lukas einfach. Gibt es ein Hau den Lukas Horror Game? Geiler Wurm. Wenn du... Dann kommen diese Lukas da raus. Aber wenn dann, keine Ahnung, Maria rauskommt, die du nicht hauen darfst, dann kommt ein Jumpscare von Lukas. So, kommt jetzt noch Yves? Moin! Wieso braucht die ein scheiß Pferd, wenn die fliegen kann? Deine Gene sind stärker als ich dachte. Komm, meine Liebe, Zeit für einen kleinen Ausritt. Ja, in dem Pferd sind wahrscheinlich Mitochondrien drin, deshalb ist das Pferd krasser. Danke. Sie hat das Pferd angezündet. Warum? Warum stehst du auf der Seite der Menschen? Warum nicht? Ich bin ein Mensch. Warum bist du auf deren Seite und nicht auf meiner? Was? Jo, wir kämpfen jetzt hier! Ich bin zu dem ausgewichen. Ich bin zu dem ausgewichen. Ich bin zu dem ausgewichen. Mit Skill! 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 Ich bin zu dem Sword. Ich bin zu dem Locken. Ich check mich, was diese Explosion bringt. Du weißt wohl immer noch nicht, wer ich bin. Du weißt es zwar nicht, aber deine Mitochondrien schon. Deshalb hattest du dich zu der Oper hingezogen. Was meinst du damit? Ich bin Mitochondrien Adam. Lass es mich dir erklären. Wenn wir unsere Kräfte vereinen werden, die restlichen Mitochondrien dieser Welt. Halt! Ja, die Mitochondrien sind hier der Plot. Natürlich geht es um die. Immer noch. Ja, die miese Sau will irgendwie unsere Mitochondrien klauen oder so. Eier! Eier, sag doch was! Der hat Eier ja gesagt. Ach, Daniel. Oh, ich bin ausgetappt. Papa! Ben, wolltest du nicht auf das Konzert gehen? Ich bin mit Mama hierher gekommen, aber sie war plötzlich ganz seltsam. Und dann fing sie Feuer. Was meinst du damit, Ben? Ich bin mit Mama gekommen, damit wir dreimal wieder zusammen sein können. Deshalb wolltest du mich abholen. Mama ging zur Bühne und dann drehte sie durch. Was meinst du damit, Mama drehte durch? Sie hat sich selbst angezündet. Ich ging zur Bühne und fühlte mich plötzlich krank. Ich wollte nach Hause. Mama war nicht sie selbst, Papa. Sie ging und alle anderen mit ihr. Lorraine. Ich glaube, Mama ist auch zur Fleischmasse geworden. Die Verluste waren diesmal um einiges schlimmer. Wir dürfen die Leben der Zivilisten nicht weiter aufs Spiel setzen. Wir haben den Befehl erhalten, alle Bewohner Manhattans zu evakuieren. Zum Glück sind die meisten Leute an Weihnachten außerhalb der Stadt. Was sollen wir tun, Sir? Wir bleiben und helfen Eve zu neutralisieren. Sollten wir das nicht der Armee überlassen? Wir sind diejenigen, die die Stadt beschützen sollten. Gibt es etwas Neues von Aya? Okay, Mr. Incredible. Was hatte Mr. Incredible für eine Kraft? Der hatte nichts Besonderes, der war einfach nur super stark. Verdammt, wo steckt sie nur? Daniel, ich brauche Hilfe beim Evakuieren der Stadtbewohner. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen dieses Ding. Ich werde nach ihr suchen. Sollen wir ihn nicht aufhalten, Sir? Er hat Lorraine verloren. Er wird Aya finden. Ihr zwei helfen bei der Evakuierung. Papa, kommst du endlich nach Hause? Ben, es tut mir leid. Ich muss Aya finden. Wo ist sie hingegangen? Keine Ahnung, aber sie ist die einzige, die dieses Ding bekämpfen kann, das deiner Mama wehgetan hat. Kath, kümmere dich um den Kleinen, ja? Keine Sorge, das werde ich. Baba! Jetzt spielen wir ihn. Jetzt kommt der Daniel Part. Daniel schießt aber nicht mit Pistolen, sondern er dual wieldet Katanas. Kann ich dem Jungen den Hund zeigen? Klar, lass mich nur den Zwinger öffnen. Hey, du hast einen Besucher. Direkt neue Mama bekommen, ja. Das ist Sheva. Und jetzt verwandelt sie sich und bringt Ben um. Hey, ich glaube, sie mag dich. Haha, das kitzelt. Einfach Schiri-Pfeife. Die Katzen sind schon cool. Ich hoffe, dass es so viele gibt. Okay, Colt, wir müssen merken. 1, 2, 2, 4. Okay, die ganze Stadt bricht in Panik jetzt aus. Wieso sagt ihr nicht, dass man hinter der Kamera so ein Stück von Chat sieht? Da ist so ein, da ist so ein Gesicht. Da, es geht hoch. Ist weg. Da, es geht hoch. Ist weg. Aber der war zu breit. Und deshalb hat er dann hinter der Cam so rausgelurkt. Es gibt eine neue Twitch-App? Wie, es gibt eine neue Twitch-App? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Es gibt Twitch-Drops von Apple TV Plus. Es gibt Twitch-Drops von Apple TV Plus. Boah, mein Stream auf dem Handy sieht schon geil aus, ey. Aber wieso überfordert? Es sah jetzt ganz normal aus. Shotlord! Dankeschön für 13 Monate. Hey Paul, was geht ab? Wie oft muss ich es dir eigentlich noch sagen? Hier ist gesperrt. Du wirst hier nicht mal eine Katze auf der Straße finden. Und wenn, dann ist sie verwandelt. Japaner! Ich habe doch gesagt, dass ich mich in dieser Angelegenheit bereits an die Polizei gewandt habe, Uwu. Was? Ich werde hier mit meinem Englisch nicht weit kommen. Hey, bist du Chinese? Autsch. Ähm, nein. Ich bin Japaner. Dakara Nihonjin? Shit, was ist Dakara Nihonjin? Das ist einfach nur Japanisch für, ob er Japaner ist. Der Polizist kann einfach Japanisch. Der guckt bestimmt Anime. Deshalb kann er das. Oh ja, können sie Japanisch sprechen? Anata Hadare. Ah, da steht direkt die Übersetzung. Wer sind sie? Ich bin Kunihiko Maeda. Kunihiko. Das ist der aus Project Zero. Kunihiko Taka, 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 irgendwas Taka. Äh, Japaner. Äh, ah, ah, ah. Ja, die Übersetzung steht direkt da drunter. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich das übersetzen soll. Hey, wenn du unsere Sprache nicht beherrschst, dann geh zurück in dein Land. Äh, Ark? Beruhig dich. Mach langsam, Mann. Das ist schlecht für dein Herz. Uh, Ark, mein Körper. Er wird ganz heiß. Hilfe! Ihr müsst bedenken, das Spiel ist von Japanern, ne? Jetzt oder nie, schätze ich. Spontane Selbstentzündung. Das muss es wohl gewesen sein. Ausländerfeinde gehen direkt in Feuer auf. Nein, er hat nicht den Bullen angezündet. Das ist der Parasit. Die Mitochondrien sind frei. Wo? Alles Gute, Paul. Was ist mit Paul? Paul hat heute Geburtstag. Die sagt dir alles Gute, Paul. Paul hat Geburtstag? Paul, alles Gute, Mann. Sind Mitochondrien nicht das Power aus der Zellen? Ja. Und wenn die freigesetzt werden, dann geben die sehr viel Energie. Und wenn du zu viel Energie bekommst, dann fängst du an zu brennen. alt geworden. 21, bist du noch Baby. Ah, der ist Japaner. Der hat Aya gerettet. Ist das jetzt Aya's Love Interest? Oh, du bist endlich aufgewacht. Wer bist du? Ich bin Kunihiko Maeda. Ich bin ein Wissenschaftler aus Japan. Er hat dich gefunden. Daniel. Dort draußen ist niemand außer Polizisten. Wie in der Geisterstadt. Habt noch nie sowas gesehen. Ziemlich gruselig, wenn ihr mich fragt. Wo ist Eve? Was ist mit den Menschen im Central Park passiert? Ben geht's gut, aber... Die anderen Zuschauer, naja, sie sind einfach verschwunden. Verschwunden? Du meinst, sie haben sich nicht entzündet? Sie sind alle zu Schleim verschmolzen und wurden eine große Masse. Das ist etwas Neues. Nichts derartiges ist je in Japan geschehen. Japan? Ein ähnlicher Vorfall eignete sich vor ein paar Jahren in Japan. Aha. Allerdings nicht in einem derart monströsen Ausmaß. Was? Hey, ihr meint, äh... Her mit den Details. Da war dann nicht Michi... Michi... Es fing alles damit an, als die Frau eines Wissenschaftlers in einem Autounfall verwickelt wurde. Der Wissenschaftler versuchte, ihre Leberzellen zu züchten, um sie am Leben zu erhalten. Der Wissenschaftler nannte diese Zellen Eve. Eve? Die Leberzellen vermehrten sich und ihre Mitochondrien übernahmen vermutlich ihren physischen Körper. Was? Nachdem sie an das Sperma des Wissenschaftlers gelangt war, versuchte Eve, das ultimative Wesen zur Welt zu bringen. Ultimatives Wesen? Was für ein Wesen? Oh no, Chat. Eve ist das Kind von... Äh, Aya ist das Kind von Eve. Oh no. Oh no. Das ist wahrscheinlich der Plot. Sie, das Wesen, das aus den Leberzellen mutierte, konnte ihren Körper nicht lange Aufträge halten. Übrigens, bevor der Autounfall geschah, hatte seine Frau einer Organspende zugestimmt. Nach dem Unfall wurden ihre Nieren dann einem jungen Mädchen transplantiert. Okay, ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Es ist die Leber. Äh, die Niere meine ich. Und Eve pflanzte ein befruchtetes Ei in das junge Mädchen ein, welches das ultimative Wesen zur Welt brachte. Moment. Aya war schwanger? Aya hat ein Kind geboren? Als sie noch ein kleines Kind war, hat sie ein Kind geboren. Ich war höchst interessiert an dieser Sache und fuhr in das Labor, um weitere Nachforschungen zu betreiben. Nachdem ich dann von diesem Zwischenfall hier hörte, musste ich hierher fliegen. Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich wünschte, ich könnte mehr erklären. Ah ja, alles okay? Vor allem, es hieß ja, es ist ja vor ein paar Jahren passiert. Das kann ja dann gar nicht. Ich dachte schon, dieses Monster hätte dich in seine Finger bekommen. Dachte schon, es wäre zu spät. Als ich Eve spürte, hat sich mein Inneres angefühlt, als ob, als ob du dich entzünden würdest, richtig? Nein, sie ist, naja, sie ist die Einzige, die nicht davon betroffen ist. Was? Ich, ich verstehe nicht. Ich, ich denke, ich könnte ein Monster sein, wie sie. Was, was redest du denn da, Arja? Ich weiß auch nicht, aber was, wenn ich euch töten werde? Ach, sei still, du weißt, dass das, dass das nicht... Daniel, bitte, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht mehr. Bitte, geh weg, bleib, bleib einfach fern von mir. Ah ja. Bitte. Ja, ich verstehe deinen Standpunkt. Hey, was glaubst du, wo du hin willst? Selbst wenn ich ein Monster bin, will ich dich niemals töten, Daniel. Bitte. Ich, ich könnte mir niemals verzeihen, wenn ich dich töten würde. Ah ja, du bist kein Monster. Du bist mein bester Partner. Ah ja, Bray. Bruh. Ah ja, Bruh. Ich werde an deiner Seite sein, Ah ja. Immer. Oder werden die eine Love-Interest haben, irgendwie eine Love-Story haben? Mit Daniel? Als ich Eve berührte, dieses Gefühl, war das Maya? Jack, wer ist jetzt Maya? Aber Maya ist doch bei dem Autounfall mit Mutter gestorben. Nein, das ist doch nicht möglich. Ach, das Mädchen, was das Ei befruchtet bekommen hatte, war ihre Mutter. Und die Mutter hat dann zwei Kinder gehabt. Ja, das ist smart. Die haben einfach vor das Aja ein M dran gemacht. Das ist ihre Schwester. Maya und Aja. Es ist wie bei Project Zero. Mio und Mario. Dann ist das kleine Mädchen, was wir vielleicht die ganze Zeit sehen, Maya. 6,4 The Blumenkung 1, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11. große Teile. So. Als ob ihr jetzt die ganze Nacht hier draußen verbracht habt, im Winter, am Straßenrand. Das war eine lange Nacht. Gut geschlafen? Ihr wart die ganze Nacht hier? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt verschwinden. Ihr hättet sterben können. Ich bin Japaner, ich habe super Kräfte. Wissenschaftler glauben nichts ohne einen Beweis. Das ist nun mal so. Der Banger-Track wieder. Und außerdem, was? Poffi, bist du noch da? Ach, nichts. Rated einfach. Rated, wie er heute bodenlos von seinem Chef ausgebeutet wurde. Stark. Heißt diese Person zufällig auf Twitch, der Rifter 060? Ach, nichts. Daniel! Kein Verkehr. So sollte es jemal sein. Daniel, der Schatz ist komplett tot, ne? Was sitzen wir hier noch rum? Wir haben zu tun. Daniel, danke. Alles klar, wir brauchen ein paar größere Waffen. Dort drüben ist ein Waffenladen. Zeit zum Shoppen. Oha. Ich will reden. Ich glaube, da drüben gibt es eine Apotheke. Scheiße, Apotheke. Wir brauchen Damage. Genau der. Oha, hellseher. Inwiefern hat er sich abgezockt? Hey, jetzt zieht nicht so ein Gesicht. Komm schon, Eier. Gehen wir. Zeit für neue Waffen. Hey, wie steige ich ein? Ich steige nicht ein. Oder wollen wir laufen? Wir wollen wohl laufen. Ja. Ja, einfach Final Fantasy 8, der Link City. Gunschub. Verschlossen. Das ist der Weg, Eier. Daniel nicht. Entschuldige, aber das ist der einzige Weg. Äh, das ist hier gerade Weihnachten 1997. Was gab's? War Essen machen. Ich habe dich gerufen. Bist ihr wirklich beim NYPD? Wir glauben es zumindest, aber wir haben keinen wissenschaftlichen Beweis, falls du das meinst. Was? Ich habe vergessen. Irgendwas wollte ich von dir. Habe ich auch vergessen. Reichweite plus 2. Oh, nice. Das war ein Monat nach meiner Geburt. Gut, dass ich nicht dabei war. Hast du Glück gehabt. Sonst wärst du vielleicht jetzt auch Mitochondrien, Eva. Das ist einfach zu viel, Mann. Kommt schon, Ladies. Sucht euch euer liebstes Accessoire aus. Was? Das ist doch mal ne Wumme, Alter. Äh, warte. Lass mich mal kurz upgraden. Ich will das benutzen. So. Magazingröße. Ist nicht so wichtig, Herr Gess, aber können wir auch reinballern. Alles in eine Waffe. Und gleich komme ich in ein Gebiet, wo alle Immun sind gegen Feuer. Moment, die Westen kann ich auch. Ich könnte jetzt von der Weste. Von der Weste. Den Spaß hier übertragen. Yeah. Zack. Und jetzt hat unsere Weste ein Slot mehr. Jetzt kann ich mehr tragen. Nice. Wie läuft der Freitag bisher? Äh, der Freitag ist heute sehr Mitochondrial. Ich bin fertig, Chef. Lass abhauen. Lass uns ein paar Aliens abknallen. Ey, Parasiten abknallen. Ein paar Mitochondrien abknallen. Das Mitochondrium ist das Kraftwerk einer Zelle. Kennst du Mitochondrien-Eva? Wenn wir es mit Yves zu tun kriegen, wird uns alle Munition der Welt nicht weiterhelfen. Petition, um Mitochondrial ins Wörterbuch aufzunehmen? Äh, ist glaube ich schon drin. Ist sie eine Kante? Nee, aber sie hat Mitochondrien. Ach, Tores würde mich für solche Sprüche töten. Können wir losziehen, noch zur Apotheke vielleicht, auf der anderen Seite und dann Abfahrt, Endboss. Ja, ich muss mir mal nach dem Stream oder so mal die Theorie genau anschauen. Wobei, nee, sollte ich lieber nicht, ne? Dann spoilere ich mich bestimmt zum Game. Die Tür ist kaputt. Ich bin für dich zurück, um zu gucken, was du wolltest. Das ist einfach nur Poppy, bist du noch da und dann hast du getanzt und einen neuen Satz angefangen. Keine Ahnung, was ich wollte, man. Zu spät. Das ist aus meinem Gehirn gelöscht worden. Die Mitochondrien haben ihr Ding getan, haben ihre Energie freigesetzt und ihr übriges getan. Ach ja, vorhin die Sache mit dem Chef. Hast du das gar nicht gesagt, was der Chef gemacht hat? Explodiere ich gleich? Ich hoffe nicht. Morgen schwummelt Gaggy während der Autofahrt nur von der Theorie. Stimmt ja morgen, Long Drive. Und wer soll das benutzen, wenn ich im Tod liege? im Sterben liege? Im Sterben liege? Ohhhh, Jackpot! Kritt ausweichen? Tool, noch ein Tool, stark. Junge, ich werde gleich einfach der überkrasse Parasiten-Bekämpfer sein. Ich werde gleich die Ultra-Mitochondrien sein. Ich würde gerne auf diese Waffe den Spaß übertragen. So, jetzt kann ich mit der 3x schießen. Jetzt kommt der Ultra-Damage. Jetzt kann ich mit meiner M16 3x schießen und mit 3x Feuerschaden. So, ich speichere nochmal. Was für morgens Schulanfang ist Samstag. Morgen darf hier niemanden mit der Honda-Ride erwähnen. So, sind wir fertig? Können wir abhauen? Wenn wir so weit ausgestattet sind, lasst uns hier abhauen. Okay. Ich denke mal jetzt zum Auto. Der wird aufgeteilt. Ahhhh. Ja, aber trotzdem aufteilen ist auch okay. Dann kann ich die Schüsse besser auf die anderen Gegner aufteilen. Wenn es so einer fast tot ist, dann mache ich nur einen Schuss auf den einen und die anderen beiden auf den anderen. Hey, du sollst doch hier vorne bei mir sein. Okay. Ja, ich will nach vorne zu dir. Digga, jetzt lass mich doch endlich irgendwie einsteigen ins Auto. So, jetzt. Abfahrt! Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie im Waffenshop eine fette neue Wumme, aber M16 scheint wohl the way to go sein. Soho! Was war jetzt überhaupt der Plan, wo wir hinwollen? Ich denke mal nicht hier hin, aber ich check mal ab. Nein. Hätte ich nicht reingelassen. Moin Juuungs! An welchem Tag war dein Brechpunkt? Bruchpunkt? Wollten wir nicht Waffen kaufen, um alle Parasiten abzuknallen? Ja, haben wir ja jetzt. Wir waren ja gerade im Waffenshop. Vielleicht zurück zum Dr. Klein. Vielleicht zurück zum Dr. Klein. Also wohin? Gibt es hier irgendwo ein Forschungslabor? Forschungslabor? Ich würde gerne ein Experiment durchführen und etwas testen. Es könnte für Nutzen sein. Was ist mit dem Labor im Museum, in dem Clamp arbeitet? Die hatten dort wirklich hervorragende Ausrüstung. Oh Mann. Überall nur nicht dahin. Er sollte schon evakuiert sein. Er wird es nicht merken. Äh, ja, das klingt gut. Daniel, ist das in Ordnung? Ich erwarte eine saftige Sonderzahlung dafür. Ab 22 Uhr mir das Wort Mitochondrien ist schwierig. Ich habe jetzt nur noch Parasit. Chat, wusstet ihr, dass ihr alle in euren Parasiten trägt? Tragt? Chocobo, by the way! Chocobo, Referenz! Das ist also das amerikanische Naturkundemuseum. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Gibt es in diesem Gebäude eine Forschungseinrichtung? Ja, hoffentlich laufen wir diesem Trottel, der dort arbeitet, nicht über dem Weg. Der aber evakuiert wurde, sollte das Labor verlassen sein. In euch allen sind Mitochondrien drin. Und das sind Parasiten. Ihr werdet kontrolliert. Ihr seid gar nicht ihr selbst. Ich auch! Wir alle! Ziemlich umfangreiche Ausstattung für ein Museumslabor. Was willst du denn testen? Hm, lass mal sehen. Mir war es möglich, eine gelähartige Substanz aus Ayas Kleidung zu extrahieren. Du perversling! Gel? Ist das von Eve? Jo! Es scheint zu Eves Zellen zu gehören. Wie Aya schon sagte, kann ihre Macht vom Zell-Level aus betrachtet nicht so stark sein. Jo! Hey, was machst du da? Ich will nur dieses Experiment durchführen, um zu sehen, ob oder ob nicht. Junge, was labert der? Mach doch jetzt! Hm, ja, ja, das ist genau wie ich vermutet habe. Kommt, schaut es euch an! Hey, MDX! Tatsächlich wären, wenn, wo, der Parasit, da unsere Vorfahren die Zelle gefressen hat und sie von sich unabhängig gemacht hat. Ja, Karotte sagt's. Was ist das? Das sehen die jetzt. So ein Mikroskop möchte ich auch. Junge, so ein Mikroskop möchte ich auch. Du, 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 du. Ah ja, deine Zellen sind komplett von denen umzingelt. Wie ihr sehen könnt, die Mitochondrien, äh, Eve, hat den Zellkern übernommen. Denn Biestern, die dich angegriffen haben, ist wahrscheinlich genau das gleiche widerfahren. Haben die Mitochondrien wirklich die Macht, um den Zellkern zu kontrollieren? Nein, die normalen Mitochondrien hätten niemals diese Fähigkeiten. Aber Eves Mitochondrien haben eine gewaltige Evolution durchlaufen. Ich vermute, folgendes ist mit Eves Mitochondrien passiert. Junge, wir hätten eigentlich einen Counter machen müssen, wie oft dieses Spiel Mitochondrien vorkommt. Normalerweise brauchen Mitochondrien Sauerstoff, wenn sie Energie, sogenanntes ATP, herstellen wollen. In diesem Fall benötigen die Mitochondrien Sauerstoff aus dem Zellkern. Ohne diese Energiezufuhr von den Mitochondrien kann der Zellkern nicht funktionieren. Im Wesentlichen verlassen sich beide Organellen ständig aufeinander. Aber in diesem Fall erscheint, als habe Eve die Kraft entwickelt, diese symbiotische Beziehung umzukehren. Evolution oder sogar Mutation scheint in diesem Fall sehr wahrscheinlich. Der Zyklus wurde so umgekehrt? Schaut euch das an, sogar mit dieser imitierten Anzahl an Zellen haben ihre Zellen noch so viel Macht. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Macht Eve innerhalb ihres ganzen Körpers hat? Maeda? Ja? Könntest du meine Zellen untersuchen? Ja, natürlich, aber... Ich will es wissen. Ich will wissen, warum ich diese Macht besitze, um sie zu bekämpfen. Ich will wissen, wie wir zueinander stehen. Ah ja. Bitte, Maeda. Ich muss wissen, warum. Ja, natürlich. Danke, Maeda. Könntest du hier rüberkommen, bitte? Ich brauche deinen Arm. So, hier bitte. Ja, 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 so, so, ja, ja. Aua! Lass mich das eben vorbereiten. ATP kenne ich ja. Das ist hier Active Time Paddle, ne? Das ist dieser Balken, der immer steigt bei Final Fantasy. Der es ja auch hier gibt. Das solltest du dir besser selbst ansehen. Was ist denn? Stimmt was nicht? Boah! Sie hat eine Ultrazelle. Alles, was gerade gesagt wird, tut weh. Du bist einfach nur nicht bereit dafür, Karotte, das zu verstehen. Ist dir klar, was da geschieht? Für Fortnite! Für Fortnite! Dankeschön für die 5 Euro. Mitochondrien liefern mehr Energie an die Zellkerne deiner Zellen. Er scheint fast so, als ob sie die Zellkerne vor Yves Mitochondrien schützen würden. Warum haben Mayas Mitochondrien so eine Macht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur... Bist du mit Richard Dawkins Theorie das egoistische Gen vertraut? Das ist bestimmt auch im Real Life, oder? Die Theorie? Die gibt es bestimmt auch, ne? Einfach ausgedrückt steht dort, dass Gene in einer Art und Weise agieren, um die Erhaltung und das Überleben einer Spezies zu sichern. Ich bin kurz vor meiner Bachelorarbeit. Das Problem ist, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ja, du bist noch nicht fertig, okay? Ich habe auch studiert. Ich bin trotzdem kein Mechatroniker. Du darfst erst schlau sein, wenn du fertig bist. Davor bist du noch nicht schlau. Einfach ausgedrückt steht dort, dass Gene in einer Art und Weise agieren, um die Erhaltung und das Überleben einer Spezies zu sichern. Hey Mann, ich lese solche wissenschaftlichen Zeitschriften. Was willst du damit sagen? Welches Semester hast du aufgegeben? Das geht dich in Scheißdreck an. Je nachdem, wie du es betrachtest, könnte man sagen, dass Eve versucht, alle Mitochondrien zu vernichten, außer ihre eigenen. Infolgedessen haben Aryas Mitochondrien eine Macht entwickelt, um dagegen zu rebellieren. Warum nur Aryas? Sollte das nicht bei uns auch so sein? Wir sollten auch diese Macht besitzen. Das liegt wohl in der Natur der Sache. Aber es tut mir leid, ich weiß nicht warum. Die sind ja komplett ready. Doktor! Er verwandelt sich jetzt. Was machen Sie in meinem Labor? Das ist Hausfriedensbruch, ihr Horensöhne! Warum haben Sie die Stadt noch nicht verlassen? Ich habe gefragt, was Sie in meinem Labor zu suchen haben. Wir wollten nur... Wir haben den Befehl, diese Stadt zu evakuieren. Doktor, Sie sollten wirklich... Eines sage ich Ihnen, die Polizisten sind diejenigen, die diese schöne Stadt zugrunde richten. Scheiß Polizisten. Es tut mir leid, das ist meine Schuld. Wissen Sie, ich habe die beiden darum gebeten, mich herzubringen. Wer zur Hölle sind Sie denn? Oh, ich bin Kunihiko Maeda und ich bin Wissenschaftler aus Japan. Sie haben mein Elektromikroskop benutzt. Wer sieht das jetzt auch? Was ist das? Wo haben Sie diese Pobe her? Sie... Wo haben Sie diese Zellen her? Das sind... Ich... Ich weiß es nicht. Halten Sie mich für einen Dummkopf! Mit solchen Zellen, diese müssten den natürlichen Zustand des Körpers beeinflussen können. Äh, ähm, äh... Ach, seien Sie still, ich werde einfach Detective Brr fragen. Detective Brr, Ihre Zellen verfügen über eine gewaltige Menge an Energie. Spüren Sie irgendeine Art von körperlicher Veränderung? Ich... Sie sollten sich irgendwie heiß fühlen, nicht wahr? Sprechen Sie lauter, Detective. Ich kann Sie nicht hören. Haben Sie in letzter Zeit das Bewusstsein verloren? Hey! Was zur Hölle soll das? Warum steht der Name meines Jungen hier? Lorraine, Lorraines Name steht auch hier. Clem, sagen Sie schon! Sie sagen mir sofort, was das für eine Liste ist. Reden Sie! Haben Sie verstanden? Ben hat auch Ultramitochondrien? Lassen Sie mich los! Ich muss Ihnen gar nichts sagen! Was zum... Daniel, beruhige dich! Daniel! Verdammt! Musik ist so nice, ey. Raus hier! Schlag den zusammen! Schlag den zusammen! Kopftischkante! Pfff! Entschuldigen Sie die Störung, Dr. Clamp. Aber wir müssen Sie offiziell über die Evakuierung informieren. Bitte denken Sie daran und verlassen Sie die Stadt. Der hat sich bestimmt auch Ultramitochondrien gespritzt. Detective Bruh! Genießen Sie es! Äh, dass Sie diesen Barbaren als Partner haben. Okay. Wird das gruselig? Äh, ne, das ist Super Mario Maker Jump'n'Run. Gleich machen wir. Wahuuu! Oh, danke! Ähm, auf Wiedersehen! Es ist bereits zu spät. Es ist zu spät, noch irgendwas zu unternehmen. Ähm, wohin gehen wir jetzt, halt? Wieder zurück nach Hause? Nein. Nein, nicht wieder rein. Genau, das ist kein Horrorspiel, das ist Biologie-Unterricht. Für manche ist das Horror. Ich schlafe. Ich schlafe. kein schlafen ja ich denke ich probiert es einfach irgendwas aus und irgendwo wird schon was getriggert sein ich finde es wirkt dass das nie irgendwie gesagt wird was wohin und ich muss einfach raten ist das game fun soweit ja ich mag es bisher sehr gerne da haben wir jetzt schnell unterwegs und dann gibt noch nicht mal vollgas okay diese verfluchte egal ziehen wir es durch was war das für eine liste es war eine liste mit hla typ das ist eine liste um zu sehen ob organe nach der transplantation abgestoßen werden warum zum teufel sind ben und lorraine auf dieser liste es ist eine liste mit leuten die auf diese hla typen passen also wir sind wieder im hyperraum verdammt den schnapp ich mir ich gehe zurück aufs revier und hole mir eine er wird noch lange geschrieben ich weiß nicht denke nicht was zum teufel ist hier passiert sie ist hier ich werde mich umsehen ihr zwei bleibt hier nein verdammt ich werde hier nicht rum sitzen und zu sehen wie dieses ding meine familie umbringt der brennt jetzt wieder warte hier nimm das bis null halt ich weiß nicht also ich denke mal wir machen das kapitel noch was ist das das ist ein glücksbringer aus japan das ist das mindeste was ich tun kann hamaya besonderer glücksbringer danke ich werde ihn bei mir tragen deshalb ja keine ahnung was das in stunden bedeutet ob das eine stunde ist zwei stunden fünf stunden bühne rad die hat eine andere farbe das ist eine super rad kann ich bei der wave bonus punkte verteilen ich habe wieder einiges an bonus punkten gesammelt rein in damage ich mache einen leben und dann zwei in der mitsch reichweite magazin und dann zwei in die mitsch reichweite magazin die mitsch reichweite magazin die mitsch reichweite magazin japan Wo ist der Käpt'n? Er sucht nach Ben. Haltet durch, bitte. Aber die wurden nicht niedergebrannt. Die hat die irgendwie zusammengeschlagen oder so. Die hat ihre Mitochondirin nicht freigesetzt. Nein, nicht wieder rein. Den kennen wir. Das ist Wayne oder Warren oder Varane. Warner! Ah, fast. Ah ja. Mann, Yves hat uns eiskalt erwischt. Die meisten unserer Männer waren draußen. Ich hole Hilfe, halte durch. Macht dir keine Sorgen, mir geht's gut. Ich finde Ben. Keine riesige Türanimation. Ja, zum Glück nicht. Speichern. Der Damage muss ficken. Der Damage muss ficken. Der Boss ist hier cool. Okay, ich bin gespannt. Okay. Jetzt wurden die Erwartungen hochgeschraubt, ja. Felix, wenn der Boss jetzt scheiße ist, glaube ich dir nie wieder ein Wort. Jegliches Wort, was aus deiner Tastatur in diesem Chat landet, ist ab dann nur noch eine Lüge. Zwei Vögel. So, Ratte kriegt zwei und der andere geht auf den Vogel. Er hat überlebt! Ich sterbe! Ich sterbe! Oh, die Vögel! Es ist Game Over. Ach ja, ich habe ja ein Beleben gehabt. Verschwendet. Beleben wurde verschwendet. Ich weiß nicht, soll ich das resetten? Ich habe ein wichtiges Item verloren. Ein Item, was mir vielleicht beim Bosskampf oder so bringt. Ja, komm, scheiß drauf. Ich schaffe das auch so. Well, that's safe for zwei Minuten. Genau vor diesem Kampf. Hey, hey, Kegi, ich weiß nicht, wie es anfangen soll, nächst rein, aber ich finde dich klasse. Schau dich schon seit deinem Creepypasta-Channel bis heute, auch wenn ich ab und zu Momente habe, wo ich weniger dich angeschaut habe. Dennoch hast du mich im Kindesalter schon geprägt. Aber gesehen davon habe ich auch wegen Tier einen FF-Marathon angefangen und bin gerade bei FF-5. X3, du Legende. Ich hoffe, es macht dir sehr viel Spaß. Und ich hoffe, du schaffst den Marathon durchzuziehen bis 8. Und wirst sagen, das ist das beste Final Fantasy. Haltet durch. Oh, Medizin 3. Jetzt hört er auf, dieses X3 zu spielen. Jetzt fühlt er sich schlecht. Jetzt fühle ich mich schlecht. Geile Knackgeräusche. Mobber-Chat, halt wirklich. Was ist das? Ein Skorpion? Geil, Alter. Voll abgejiffed, Mann. Solltest du nicht Geburtstag... Paul soll dich... Paul feiert gerade Geburtstag. Er lebt gerade Parasite Eve. Was ist das Auto? Was ist das für eine Fähigkeit? Boah, die ist ja voll krass. Ich habe alle meine Punkte in diese Weste reingehauen, nur um jetzt so eine crazy Weste zu bekommen. Was? Chat, Gegenstandszahl übersteigt das Limit. Was? Was ist damit gemeint? Hä? 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 Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Die eine Weste hat zwei Slots zum Tragen. Die neue eine. Achso, ich habe Inventar etwas zu viel. Das ergibt Sinn, ja. Okay, was ist Auto? Benutz Medizin, wenn Lebenspunkte gering sind. Alter. Let's fucking go. Let's effing go. Felix, was geht ab? Willkommen zurück, Mann. Dankeschön für 12 Monate. Ich komme nicht rein. Mittelmäßig? Findest du es nicht so geil? Hier war Ben. Wo ist Ben? Es tut mir leid, Ben ist weggelaufen. Wohin? Ich weiß es nicht. Shiva ist durchgedreht und Ben ist hinterherher. Was? Ich wusste es. Die Hunde wurden verwandelt. Jetzt geht's ab. Das sind die Hunde. Die sind ja zu Wehrwölfen geworden. Ich muss grinden. Boah. 44 Damage. 66. Ich muss grinden. Ich muss grinden. Ich muss level grinden. Ich habe eine neue Fähigkeit gelernt. Energieschuss. Leitet P-Energie in Munition. Okay. Mittlerweile wird es doch schwer. Mittlerweile kriege ich gut aufs Maul. Vielleicht setze ich mal meine Bonuspunkte demnächst in Verteidigung rein. Ich habe bei Ende von Tag 5 und Tag 6 aufgehört. Ist das Shiva? Ich habe doch safe. Irgendwas hat er mich getriggert beim Spammen. Und einfach nur Luis. Dankeschön. Für zwei Monate. Dann hi. Mehr Wölfe? Mehr Wölfe. Na, Alpha. Oh. Ah, der ist einfach nicht so viel Schaden bekommen, Chat. Das macht einen Debuff. Das macht Minus-Defense. Zorpi. Galoppi. Der geht zurück. Voll smart. Ich muss was wegwerfen. Schrott. Bänger. Plus Angriff. Nice. Und Arzeneus. Dankeschön für 21 Monate. Auf Verteidigung gehen immer falsche Entscheidungen. Ja, ich glaube auch. Es hat Torres erwischt. Schreit er. Warte, ich bin es. Dieses Missgeburt von einem Hund kam und hat sich Torres geschnabelt. Hey, ah ja. Schätze, ich habe es vermasselt. Warum? Warum hast du nicht geschossen, Alter? Ich habe keine Waffe mehr mehr genutzt, seit... Seit deine Tochter erschossen wurde? Torres, du kannst den Waffen dafür nicht die Schuld geben. Deshalb war Torres so gegen Waffen-Chat. Seine Tochter wurde erschossen. Ich schätze... Du hast... Recht. Kümmer dich ab jetzt gut um all das hier. Torres! Nein! Scheiße. Bitte kotzt nicht. Ich... Ich mache... Roleplay. Pistole. Das ist... Das ist... Das ist Torres' Waffe. Er hat sie seit Ewigkeit nicht benutzt, aber gut den Schuss gehalten. Torres konnte nicht nur gut Waffen modifizieren, er war ein richtig guter Schütze. Aber seit dem Tag, an dem seine Tochter durch einen, äh, einen sich versehentlich lösenden Schuss getötet wurde, er hat das Schießen voll und ganz an den Nagel gehängt, hat sich fortan um die Pflege und Wartung der Waffen gekümmert. Boah. Ah ja. Ich weiß, dass du mit dieser Waffe umgehen kannst. Nimm sie. Und puste dieses Monster weg für Torres! Krieg ich ein Tun? Einen Schutz! Den habe ich da, glaube ich, reingelegt, ne? Scheiße, jetzt habe ich den mitgenommen. Zwei. Mal so am Rande. Torres ist schon ziemlich, äh, ist ein schon ziemlicher Kackname. Wieso? Ich glaube, das ist irgendwie spanisch oder so. Wenn du etwas hier lassen willst, dann gib es mir. Ich passe darauf auf. Okay, dann verstauen wir mal ein bisschen was. Warte, ich gucke mir kurz die Pistolen an. Torres klingt wie Schnorres. Ich gucke mir kurz die Waffen an. Wollte ich davon irgendwas behalten? Drei Schuss brauchen wir nicht. Das sind auch drei Schuss, brauchen wir nicht. Aber ich könnte davon halt das Plus mitnehmen, ne? Das wäre ein Plus, Plus Null. Aber es ist auch nicht so viel Pluses da drauf. Ne, ich gebe die weg. Äh, nicht nachladen. Scheiße, ich habe sie nachgeladen. Kann ich die nicht weggeben? So, und die Weste behalten wir. Die könnte ich für die Tools benutzen. Und Gegenstände verstauen. Wir brauchen den Zooschlüssel nicht mehr. Äh, das Schrott brauchen wir nicht mehr. Und I guess, ja, die Heilung und das Gegengift behalten wir. Okay. Dann lass uns das Monster wegschießen. Torres, Lörres. Ne, es heißt ja Torres und nicht Töres. Sheva lebt noch. Sie ist noch nicht verwandelt, Chat. Sheva! Sheva! Halt, komm zurück! Sheva hat auch die Ultramitochondrien. Wie Eva. Die kann sich nicht verwandeln. Ja, wir zeigen dem, wer das wahre Monster ist. Und das sind wir. Mit der M16. Monster werden jetzt mit Blei gefüllt. Werden ausgestopft. Okay, nice. Was für Roar. Ratte. Spinne. Okay, Chat. Wir probieren was. Als ob das alles durchfliegen kann. Ich dachte, ich bin hier gesaved. Energieschuss. Ich wurde verlangsamt. Aber frisst voll viel Mana. Junge. Junge. Was ein geiler Laser. Hey, Forscher. Schießt. Schießt. Teufel. So. Hast du, Felix, hast du gegrindet? Oder hast du versucht, so ohne Grind durchzuspielen? Oder bist du trotz Grind am Ende dann so am Strugglen gewesen? Geht an den Tool. Hab nicht gegrindet. So, jetzt halt wieder Platz mehr. Jetzt hab ich ja mal ein interessantes System mit diesen Rüstungen. Dass man sie kaputt machen kann und Fähigkeiten übertragen kann. Das ist ein ganz nettes System. Sheva, nicht da entlang. Die lockt bestimmt den kleinen Jungen weg. Sheva, was ist mit dir passiert? Ja, Paul. So, hier waren die, ne? Keine Ratten. Oh, yo. Als ob der überlebt hat. Check bei diese, diese Feuer, von meinen Feuerpatronen check ich einfach nicht, ne? Einer sollte reichen, oder? Das macht ja mal Boom, aber irgendwie passiert nichts. Ben speedwalkt einfach davon. Die Spinnen treffen dich einfach nie, WTF. Ja doch. Die haben mich doch vorhin... ...paralysiert, oder so. Yo! Okay, Chat, die werden mies weggelasert. Pass auf. Vielleicht kann ich damit mehrere treffen? Das wär geil, Mann. Das wär geil, wenn ich beide damit treffe. Schade. Okay, nach dem Energieschuss ist die auch kurz gestunnt. Wieso sind die Spinnen so gefährlich, oder was? Level up! Von dem Laser hab ich ehrlich Respekt. Der ist aber auch echt geil. So. Wo mach ich Punkte rein? Ich kann keine Punkte rein, weil ich hab viel zu wenig bekommen bei dem Level up. In Kommission mit der anderen schon, okay. Bisher sind das die angenehmsten Gegner hier. Lagerschlüssel, nice. Die schießen hier ein Spinnennetz. Den kann man easy dodgen. Yo, ciao, Nusila. Gute Nacht. Spinnennetz kann man easy dodgen. Und, äh, ja. Ansonsten rennen die die ganze Zeit nur rum. Okay, wir werden speichern. Boska. Warte. Lassen wir ihn noch zurück. Ich heil mich und dann hab ich wieder einen Platz im Winter. Medizin 3, stark. Wie ist so ne Kiste? Natürlich, mein Inventar ist voll, ich bin dumm. Oder hab ich Schrott dabei? Ja, machen wir ne Einserheilung. Boah. Grip ausweichen, nice. So, dann speichern wir. Und dann, I guess, Bosskampf. Die Musik in dem Game ist einfach durchgehend geil, ne? Ich sollte Angst haben, aber ich bin nur am Jammen. Das ist kein Freitag mehr hier, Chat. Wir haben nicht mehr Freitag. Äh, Freitag. Wir haben ab jetzt Jam Day. Schäfer, geht's dir gut? Oh, Schäfer ist der Endboss. Ben, geh weg von hier! Lass das! Schäfer, geht's nicht gut! Können wir jetzt ne ekelhafte Cutscene? Hör auf, tu Schäfer nicht weh! Das ist nicht Schäfer! Eve hat sie in ein Monster verwandelt! Ein Monster? Ben, schließ deine Augen! Mr. Incredible muss schießen. Boah! Lups, würdet ihr? Boah, ist der geil! Ja? Smash! Du fass ihn nicht an! Verflucht, keine Munition mehr! Er darf halt nicht seine normale Kraft einsetzen, der Baker. Dann weiß jeder, dass er Mr. Incredible ist. Deshalb schießt er nur. Als ob hier normale Gegner kommen. Leute! Ich bin im Krieg! Jo! Hier nehm ich komplett auseinander. Hier jumpt mich komplett. Nein, 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 nein. Kann ich die nicht direkt benutzen? Ich kann die nicht benutzen, ne? Ich habe ein Tool, habe ich gar nicht gemerkt. Ich würde die gerne einfach direkt benutzen. Dann muss ich die wohl wegwerfen. ein bisschen Platz schaffen. Ich glaube, wenn wir ankommen, ist Baker schon dead. Labortechnikerin. Oh! Bitte helfe mir! Ich habe nach draußen gegangen und mir plötzlich höre mal die Dinger! Hier bist du sicher? Verlass nicht diesen Raum! Okay! Hey, du bist verletzt! Ich glaube, ich habe noch genug Vorräte, um dich zu behandeln! Ne! Ich sag nein! Mit der Hoffnung! Ich sag nein! Ich sag nein mit der Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal kommen kann. Weil ich bin gerade auf dem Fasten-Cool-Heal. Ich komme wieder! Labortechnikerin! Keine Aue? Ja, diese Explosion gibt es irgendwie auch keine Aue. Ich habe keine Ahnung, wofür ist diese Explosion, Felix? Ich werde es nicht schaffen! Nimm die Sachen aus meinem Spinn! Was? Spinn-Schlüssel. Und jetzt zerfleischt ihn! Du hast Tores erwischt! Das ist der Effekt vom Feuer-Damage. Er ist einfach nur... also er bringt gar nichts. Also das Explodieren ist einfach nur Optik. Hallo? Ich drücke! Da musste meine automatische Heilung eingesetzt werden. Ich war sonst gestorben. Ich habe eine neue Waffe von ihm bekommen. Ich war zu spät. Wie konnte das nur passieren? Ähm... Das ist einfach nur eine andere... Ist einfach das... gleiche Gerät nochmal. Gleiche Gerät nochmal, nur... mit... einem etwas größeren Magazin. Einfach... Gästen... Also könnte ich theoretisch jetzt... äh... Die Punkte einfach... über... nehmen... Alles in eine Waffe rein, es gibt trotzdem irgendwie FF-6-Vibes von den Effekten her. Ja, es ist ja auch von Square, ne? Ich mein, wir hatten ja sogar ein Chocobo-Referenz. Ne Jacke, einfach ne Jacke, ne Jacke, die hat mehr Verteidigung, aber alles andere ist ein Trash, ne, scheiß auf die Jacke. Ja, ich mein, sie selbst sieht sogar aus wie Quistis aus FF-8, also ja. Die Leben hab ich. Geh ich nochmal speichern oder gebe rein? Damit ich nicht mal zurücklaufen muss. Mach ich mal kurz hier. Ach, okay. Da, drei, drei Damage, Felix. Vor der Spinne hast du Angst? Als ob die das überlebt hat. Cheater-Modus voll, Mann. Vier und vier Damage! Junge, diese, äh, diese Verteidigung, diese Minus-Verteidigung ist so crazy. Ich bin tot. Das ist so krass. Die Wölfe sind die Schlimmsten hier. Aber nicht, weil die irgendwie nervig sind, sondern einfach weil sie debuffen. Und dieser Debuff ist so crazy stark. Ja, der Slow ist schrecklich. Du bist ja, glaub ich, noch einmal getroffen davon. Aber ansonsten sind die Spinne gar nicht so schlimm. Nein, 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 der Slow. Dieser Laser ist so geil, ey. Feier' ich! Feier' ich, Digga! Feier' ich! Äh, hast du, dass ich vier Schüsse für die brauche teilweise? Boah, da war eine Mitten-Dreier-Medizin und ich konnte sie nicht mitnehmen. Ich bin so dumm, wieso hab ich nicht getauscht? Was ist dieser Raum? Hier ist nichts! Schade. Ja, vielleicht der Drop von den Gegnern ist vielleicht das wichtiger gewesen für diesen Raum. Der Kamerawinkel ist sick. Okay, let's go! Eier! Eier! Eier, Onkel Becker ist verletzt! Junge, wie riesig der ist! Schewa! Das ist nicht Schewa! Schewa ist schon tot! Eier, bitte lass sie nicht in ein Monster verwandeln! Das Ding ist ja riesig! Komm her! Ich bin diejenige, die du willst! Es gibt drei Ziele. Okay. Ich bin Totschett. Er macht nen Debuff. Sieht doch mal wieder Kammage! Äh, Energieschuss! Drei Köpfe halt, ne? Wir gehen mal auf den Puntern zuerst. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ohohohohohohohohohohohoho! Er macht zurück! Er macht einfach zurück! Der Dodge! Ist ganz schön eng hier, der Platz zum Kämpfen. Oh, die kriegt den Laser ab. Aber wie lange lebt der Kopf noch? Ich glaube jetzt ist er tot, jetzt haben wir einen Kopf weg. Jetzt gehen wir auf den Linken. Der tankt echt viel. Ich sollte ihn vielleicht debuffen. Ich sollte ihn vielleicht lieber mit dem Mana debuffen. Okay, der andere Kopf ist auch weg. Ich hätte ihn von Anfang an debuffen sollen. Drei Damage? Wieso nur drei Damage? Okay, ich muss mal Analyse machen. Entfinde ich gegen Kälte. Scheiße. Scheiße. Ich mach Feuer Damage. Schlagtoch. Let's go. Ja, okay. Nein. Ich bin dumm. Ich hätte die andere MG behalten sollen, ne? Die kein Feuer Damage macht. Das wär smarter gewesen. Ich verschwende gerade alle meine Heilung. Okay. Ja, ich hätte die andere behalten sollen. Okay, ist weg. Der Feuer Damage auf der Waffe wirkt schon wie ne derbe dumme Idee. Ne, in den meisten Fällen ist es ja voll okay. Hier wird sie die letzten zwei das Gebiet komplett damit easy machen können. Das Gebiet davor ist auf die Schlangen. Und jetzt war halt nur ein Kopf von ihm. Problematisch. Tja. Ich hab jetzt meine ganze Heilung verloren, ne? Ne, ich hab noch ein paar. Ich hab noch hier eine völlig Genesung. Ne, halt jeden negativen Status. Drei hab ich noch. Das ist nicht ganz, ganz scheiße. Der Boss war schon cool, ja? Captain Ben! Aja! 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 Onkel Baker ist verletzt! Ben! Papa! Mach Heilung 2 auf Baker. Ben, geht's dir gut? Wie lang geht das Spiel noch? Zehn Minuten? Onkel Baker hat mich beschützt. Captain, ich danke Ihnen. Erinnern Sie sich, als Ben noch jünger war, wir haben immer bei euch zuhause gespielt. Sir! Vergiss es, Baker. Geht es gut wie in den alten Zeiten. Shiva. Ben. Ahja, wer auch immer das Shiva angetan hat, du kriegst sie nicht. Du kriegst sie, nicht wahr? Jaja, das werde ich. Wir werden den Hund rächen. Niemand vergreift sich an süße kleine Hunde. Sogar weniger als zehn Minuten. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was. Ich hätte vielleicht auch noch einen anderen Slot speichern sollen, wenn ich versuchen will, den Boss nochmal zu machen. Wobei, ich habe eine Molator-Safe-State gemacht. Das geht noch weiter. Jaja, aber nicht heute. Das Spiel generell... Wir haben jetzt die Hälfte durch, denke ich. Felix meinte vorhin, es gibt sechs Tage. Wir haben jetzt drei Tage durch. Also, ja. Drei von sechs Tagen sind wir durch. Also, I guess, haben wir die Hälfte durch. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. Das ist ein sehr cooles Game. Wir machen das auf jeden Fall nächste Woche Freitag zu Ende. Bin sehr gespannt, wie dumm die Story noch wird. Weil die Story ist sehr cool. Also, sie ist dumm, aber es ist das coole Dumm. Das ist sehr entertaining. Und natürlich coole Musik noch dazu. Ich meine, ja, das Gameplay, also das Kampf-Gameplay ist jetzt nicht so aufregend und spannend. Äh, aber es ist okay. Für das, was es ist, ist es okay. Äh, Crow Country noch nicht gespielt, ne.